Heute seht ihr die lustigsten Momente in Minecraft. Guckt auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's! Basket ab, Kasper! Ja, los geht's! Hallo! Ey, weißt du, was wir heute machen? Würdest du eher... Oh mein Gott, ganz persönliche Fragen also. Ganz, ganz persönliche Fragen. Also, wir haben einmal... Würdest du eher einen Mutantenfighten, der auf einem Dinosaurier oder auf einem Drachen sitzt? Äh, da muss ich sagen, ich würde lieber auf einem Dinosaurier sitzen und gegen ihn kämpfen. Äh, ich sage, ich nehme den Drachen. Das heißt, ich gehe auf jeden Fall jetzt hier zum Drachen rüber. Okay, in vier Sekunden startet das Ganze. Oh Gott, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und? Wow! Oh mein Gott, die Mutanten, da sind sie! Was? Oh mein Gott! Nein, es geht darum, was wir haben. Oh, guck mal hier. Alter, guck mal! Oh mein Gott, warte. Ich hau die Harte kaputt, Alter! Guck mal hier, ich krieg mal mit meinem Drachen. Wirst du das? Alter, du kannst sogar Feuer speien. Ich kann Feuer speien. Zack! Guck mal, die können mir gar keinen Schaden machen. Ich habe alle auf meiner Seite geholt. Ich habe alle auf meiner Seite geholt. Du kannst so einen krassen T-Rex, ne? Achtung! Und hier den auch noch. Hast du alle geholt? Ja, alle geholt. Aua, was machst du? Äh, 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 äh. Auf damit. Ich glaube, das haben wir geschafft, ne? Genau, haben wir geschafft. Sehr gut. Ey, das war ja cool, Alter. Okay, gehen wir zur nächsten Frage rüber. Und die nächste Frage steht. Würdest du eher Diamanten stehlen von einem sicheren Haus? Oder von einem Bank, äh, von einem Bankschließfach? Also halt von so einem Tresor. Boah, sicheres Haus oder Bankschließfach? Ich nehme... Ich muss sagen, Bankschließfach ist aber... Ich nehme sicheres Haus, ich nehme sicheres Haus. Ja, okay, dann nehme ich mal Bankschließfach. Du nehmst Bankschließfach, okay, ich bin mal gespannt. Oh, das Spiel startet jetzt, Kaspar. Ey, als ob wir jetzt Diamanten klauen müssen. Oh! Wow! Oh mein Gott, bro! Bist du auch kein... Alter, ich bin hier bei so einem sicheren Haus. Was? Und hier sind ganz viele Mitarbeiter. Ich bin jetzt gerade bei so einem krassen sicheren Haus, so mit, äh, was ist denn hier alles? Lava-Boden und sowas. Und die schon Stress von mir? Alter, das ist das krasseste sichere Haus der Welt. Bro, ich muss jetzt hier klauen! Au! Ich bin draufgegangen. Oh mein Gott, du hast es nicht überlebt, was? Aber warte, ich kann, ich kann linksen. Ich kann zum Glück, äh... Ich breche hier gerade ein, ich breche hier gerade ein. Weg hier! Oh mein Gott, die haut mich komplett kaputt. Das Problem ist, ich komme bei mir. Hör mir nicht rüber, weil ich schlecht bin. So, so. Ey, was? So, jeder Sprung kurz. Okay. Hier rein. Ich bin schon mal einen Schritt weiter. Ja. Ich frage mich jetzt gerade. Kann ich einfach durchgehen? Irgendwo ein Schwert hier, sag mal. Da ist auch ganz drin, da auch drin. Was zieht ihr? Hä? Oh mein Gott, was sind wir? Ab hier! Alter, warte mal. Ich bin jetzt hier gerade schon ein bisschen weiter. Bärenfall. Oh mein Gott. Ich muss hier irgendeine Farbkombination nehmen. Ich muss hier so einen Farbcode eingeben. Und ich muss jetzt hier gerade gucken, ob hier irgendwo die Diamanten sind. Aber ich habe sie gerade noch nicht gefunden. Ey, ich bin sehr gespannt, wer jetzt zuerst hier was finden wird. Oh mein Gott. So, hier vielleicht irgendwo drin. Alter, hier sind so viele Kisten auch, ne? Irgendwo ist es gerade aufgegangen, glaube ich. Oh, wow. Nein. Du wurdest vom Blitz getroffen. Aua. Warte, ich kann hier hochgehen. Ich kann hier hochgehen. Es ist voll schwer hier, die Diamanten zu klauen. Ich wüsste auch gerade gar nicht, wo die hier sein sollen. Weißt du? Warte, hier kann ich noch hochgehen. Da sehe ich die Diamanten. Als ob. Oh mein Gott. Und jetzt geht das nicht mehr. Ah, ich wurde durch Magie getötet. Was? Oh Mann, haben wir leider nicht geschafft, die Diamanten zu klauen, ne? Alter, mega schwer. Aber kein Problem. Gehen wir zur nächsten Frage. Und zwar, würdest du lieber dich abschießen lassen mit einem Raketenschiff oder mit einem UFO fliegen? Was? Also lieber Rakete fliegen oder... Hä? UFO? Was für UFO, Bro? UFO ist doch viel cooler. Raketen gibt es ja nicht, aber UFO? Wir merken schon, dass du das gesagt hast. Okay, ab geht es zum Mond. Alter. Jetzt bist du in einem UFO und ich bin in einer Rakete. Ja, wo kommt das UFO her? Alter. Oh mein Gott. Alter. Wo bist du? Wo bist du? Alter. Ich flieg's in die Luft. Ich bin im UFO aber drin. Ja, mit der Rakete. Wo bist du? Bist du im UFO irgendwo? Ich bin im UFO herum. Ich flieg mal in meinem UFO rum gerade. Das ist so cool. Wo weit... Wie weit oben bist du? Ich bin schon mega weit oben. Ich bin gleich beim Mond. Nee, da bin ich leider noch nicht. Ah, ich seh dich. Ich seh dich. Alter, ich bin so weit oben. Ah, das ist natürlich sehr gut. Ah, nein. Ich bin aus dem UFO rausgeflogen. Wie hoch geht das? Ich bin draufgegangen. Ah, ich bin auch rausgeflogen. Ich komm runter jetzt bei meinem Feld. Alter. Wo hin? Ich seh's grad. Ich seh's grad. Ich seh's grad. Bist du das? Bist du das? Wow. Was? Alter. Okay, das war richtig krass. Na komm, gehen wir jetzt rüber zur nächsten Frage. Würdest du eher von Mobs dich verstecken oder von Blöcken? Dich verstecken oder von Blöcken? Äh, wieso vor Blöcken? Blöcken ist doch nicht schlimm, oder? Vor Blöcken ist doch le... Hey, vor Blöcken zu verstecken ist doch leichter. Hä, mein UFO ist bei dir grad gelandet oder was? Äh, ich geh auch lieber mal mit auf deine Seite. Doch die sind beide bei mir da drüben. Glaubst du? Okay, dann komm wieder auf meine Seite. Also ich sag's mit Blöcken, die sind auf jeden Fall alles, äh... Ich hoffe, dass es war, dass es die richtige Entscheidung übergetroffen war, Caspar. Ja, ich hoffe, dass es die richtige Entscheidung war. Oh Gott. Oh nein. Versteck dich vor Blöcken? Bei Blöcken? Da ist ein Goldblock, der sucht mich, um Gottes Willen. Als ob, als ob, ich versteck mich, ich versteck mich, ich versteck mich. Der lebt, der lebt. Ich bin versteckt. Oh Gott, hast du zu glöcken, Bro? Ich bin versteckt, glaube ich. Hoffentlich. Au, ich wurde gefunden. Du wurdest gefunden. Nein, der Erdblock. Sucht er mich? Nein. Nein. Überlebst du das? Oh mein Gott. Ich bin wieder am Spawn. Nein, der Diamantblock kommt. Bitte nicht. Bitte nicht. Sag jetzt nicht die... Nein. Nein. Ich wurde auch gefunden, Caspar. Nein. Okay. Okay, nächste Sache. Würdest du eher Diamanten mit einem Diamantenbohrer oder mit einer riesigen Spitzhacke abbauen? Ähm. Diamantbohrer würde ich, glaube ich, machen. Ich würde auch sagen Diamantbohrer. Diamantbohrer ist eigentlich voll cool. So, und. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo ist jetzt der Bohrer? Was? Wo sind wir? Wow. Was ist? Nein. Das ist eine Maschine, Alter. Nein, ich auch. Oh, was? Ich bohre nach Diamanten. Ich auch. Was? Wie kann ich jetzt... Wie abbauen wir jetzt hier? Einfach durchdüsen. Lord, wie krass. Ey, wie krass ist das denn, bitteschön. Oh mein Gott. Wir können das so alles abbauen. Ich habe jetzt schon ein Stack Diamanten. Nee. So. Wie krass. Einmal schön durchbohren hier. Ey, oh mein Gott. Alter. Wie cool ist das denn? Sehr, sehr stark. Sehr krass. Ey. Ich gehe jetzt mal raus aus meinem Ding. Wie viele Diamanten hast du gesammelt? Ich habe noch nicht so viele. Ich habe gerade mal 30. Ich habe zwei Stacks. So, ich gehe wieder raus hier. Zwei Stacks hast du schon? Ja, ich hatte zwei Stacks. Alter, das war ja cool. Würdest du eher gegen einen Golem kämpfen? In einem, äh, was? Roboter-Anzug? Was? Oder in einem Enderman-Anzug? Ähm. Was? Ähm. Ich würde sagen... Golem oder Enderman-Anzug? Ich will Enderman. Enderman. Ich nehme Enderman hier. Okay, ich nehme Golem. Ich nehme Golem. Ja. Der Golem-Anzug. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Du wirst sehen. Enderman ist cooler, mit Enderman zu kämpfen. Ja, gar nichts ist der Enderman. Oh mein Gott. Oh Gott, ich gehe schnell in den Golem-Anzug rein. Ich gehe schnell in meinen Enderman-Anzug. Der sieht viel cooler aus. Oh mein Gott, wie viele Herzen ich habe. Alter, ich habe... Guck mal. Was wollt ihr? Oh mein Gott, ich hau die alle kaputt. Ey, du sollst nicht auf mich gehen. Zack. Komm mal ab hier, Kollege. Hä? Du haust mich nicht kaputt. Siehst du auch, wie viele Herzen du hast, ja, ne? Ich habe voll viele Extra-Herzen. So, ich hau hier mal ganz kurz die ganzen Skelette kaputt. Komm, wir müssen wieder rüber da. Ja, du kriegst hier gar nicht hochgerauen hier. Aua, aua. Warte. Aua. Wie, wurde überhaupt welche gekillt? Doch, eigentlich schon. Aua. Ja, 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 ja. Oh Gott, nur noch einer, nur noch einer. Voll viel Schaden hier. Wir holen uns hier. So, schön kaputt machen hier das Skelett hier. Du willst zu Knochen. Das war's. Was willst du, Alter? Komm mal ab hier, Kollege. Au, au, au. Komm mal ab hier, Kollege. Au, au, au. Was willst du? Zu Stress oder was? Teleportiert hinter dich. Nein. Ja. Nein. Ja. Ich bin fast tot. Ja. Hau ab hier, Kollege. Nein. Was? Ich hatte noch mehr als Hälfte Leben. Ich hab, ja, dann war deine einfach viel stärker. Ja. Okay. Was ist so? Würdest du, äh, lieber probieren, einen Nuke zu überleben oder einen Hurricane? Boah, Turmum oder Hurricane überleben? Ähm, ich würde sagen, an Turmum ist safe cooler. Niemals überleben. Okay, ich mache Hurricane, weil eine Nuke würde man noch niemals überleben. Na, Digga, ich zeig dir mal, wie man das überlebt. Pass mal ganz genau auf, Kollege. Ja, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Oh Gott. Oh mein Gott. Alter. Oh Gott. Ich bin direkt draufgegangen. Nein. Was? Ich bin direkt draufgegangen. Ich lebe noch. Und jetzt bin ich auch draufgegangen. Ich hab auf einmal gebrannt durch den Hurricane. Was? Bro, da siehst du mal. Hättest du mal lieber, ne, aus dem Haus gewählt? Ja, hätte ich mal das andere genommen. Hast du im Fall recht. Ich hätte mir das andere genommen. Würdest du eher auf einem, äh, Einhorn reiten oder mit Pegasus fliegen? Uh, hä, mit Pegasus fliegen. Pegasus fliegen jetzt richtig cool. Einhorn? Digga, Einhorn zählt immer so stark. Pegasus fährt mit den, mit den, äh, Flügeln. Ja, ich weiß. Guck, da ist Pegasus. Alter. Ja, guck mal, du kannst jetzt reiten. Und ich kann jetzt fliegen. Wow. Alter, der. Hahaha. Okay. Tja, damit hättest du nicht gerechnet, ne, dass man Einhorn so fliegen kann. Ah, oh Gott. Ja, aber meins. Guck mal, meins kann extrem, meins ist auch ein Einhorn. Siehst du das, ein bisschen? Stimmt. Tui. Wow. Alter. Komm her. Ist du Stress oder was, Kollege? Guck mal, ich hab sogar einen Diamantweg unter mir. Aber es ist cool, muss ich sagen. Das ist cool. Ich geh direkt hier zum nächsten. Mal gucken, was haben wir als nächstes. Oh mein Gott. Du musst eher den gigantischen Noob 1, 2, 3, 4 bekämpfen oder gigantisches Girl 1, 2, 3, 4. Ähm, Noob 1, 2, 3, 4. Noob ist total. Noob ist ein Noob. Also ich mein, der hat doch eh keine Chance. Der ist richtig schlecht, der Noob. Der hat immer gar keine Ahnung, was er macht. Oh mein Gott. Und los. Hilfe, Kaspar. Kaspar, jetzt hat er dir gesichert. Los, hau mir den kaputt. Wer hat sich an mir raun. Alter. Was? Zwei Schläge und der war tot. Ah. Ha ha ha. Ja. Nein. Wie viel hattest du noch? Nur drei Herzen, also ein Schlag. Okay. Würdest du lieber Meteoriten ausweichen oder ein Vulkan überleben? Also ein Vulkanausbruch. Ja, ja, ja. Boah. Ähm. Meteoriten. Okay. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du draufgehen wirst, Kaspar, da hinten. Naja, ich weiß nur, dass auf jeden Fall bei deinen Meteoriten, die schlagen jetzt genau nicht ein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Oh, der Vulkan bricht aus. Ah. Hilfe. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ah, ha, ha. Guck mal, ich bin immer richtig schnell überlebt. Ey. Ich sehe den Vulkan nicht mal. Hilfe. Hilfe. Ja, ich bin hier auf einem Sportborn. Ich kann es auf jeden Fall easy überleben. Ich könnte es die ganze Zeit überleben, sehe ich gerade. Geh nicht schlecht. Das war mega schwer. Easy peasy hier. Komm, was haben wir als nächstes? Würdest du mit dem Jetpack fliegen oder mit dem Helikopter? Jetpack. Jetpack. Auf jeden Fall Jetpack. Jaja, Jetpack ist auf jeden Fall viel, viel cooler, ne? Ich bin mir auch fast runtergefallen. Okay, wo ist das Jetpack? Okay, warte mal. Wow. Oh Gott. Oh Gott, wer ist zuerst am Ende? Wie kann man denn runterfliegen? Gute Frage. Ähm. Einfach runtergucken. Alter. Mein Jetpack. Oh. Kriegt es was zu schlagen? Wow. Ich weiß nicht. Durch hier, ja. Checkpoint 2 von 10. Okay, ich bin der erste. 2 von 10. Wo ist der nächste Checkpoint, ist die Frage? Das war der Checkpoint anscheinend schon. Okay, das ist großartig. Oh, ich bin auf jeden Fall jetzt vor dir, ne? Oh nein. Ich bin auf jeden Fall Checkpoint 4 von 10 jetzt schon. Oh nein. Oh, ab da, Kollege. Oh. Ja, nochmal durch. Komm schon. 5 von 10 jetzt schon. Oh Gott. Nein, 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 nein. Du wirst auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Danke. Nein. Ich booste auch noch. Booster auch noch. Danke. Checkpoint 7 von 10. Da vorne ist die Ziellinie. Ja. Da war doch gar kein Checkpoint, den du gerade bekommen hast. Ja. Ich krieg nämlich deinen auch. Ach so. 9 von 10 und jetzt durch die Ziellinie. Ah, okay. So ein Ding also. Oh mein Gott. Ja. Alles klar. Team Blau hat gewonnen. Alles klar. Alles klar. Das werde ich mir merken auf jeden Fall. Das werde ich mir merken. Okay. Okay, würdest du lieber mit einem Magizid-Schwert oder einem Baddork-Schwert kämpfen? Magi-Schwert? Magi macht mir doch nichts. Ich nehme das Baddork-Schwert. Das Baddork-Schwert ist bestimmt richtig cool. Ich glaube, das Magizid krasser ist. Ich glaube, das ist so ein Material, was wir nicht kennen wahrscheinlich. Ich glaube, das ist Magma oder nicht? Kann das nicht Magma sein? Das Baddork-Schwert. Oh mein Gott, das sieht so krass aus. Das sieht so krass aus. Ausweichen. Ausweichen. Bam. Alter. Alter. Ich schieße Magma-Blöcke. Alter. Die werden zu Baddork-Dingern. Guck mal. Oh mein Gott, wie ist das bei dir? Wie krass. Wie kannst du die einpieren? Wuppa. Wuppa. Und ich kann Magma-Blöcke schießen. Okay, komm. Eins gegen eins. Guck mal. Die sind komplett... Hey. 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 Ab hier, Kollege. Ja. Oh. 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 Das war absolut easy. Okay. Jetzt haben wir die letzte Frage. Würdest du lieber... Würdest du eher gegen 100 Mini-Creeper kämpfen oder einem riesigen? Boah. Oh. Oh. 100 Mini-Creeper. Ich sage auch 100 Mini-Creeper. Das ist, glaube ich, viel lustiger. Oh mein Gott. Du musst dir das vorstellen. 100 Mini-Creeper? Ich meine, die haben ja auch alle ein bisschen weniger Schaden. Ein so großer hat da direkt mega Explosion. Oh nein. Du musst jetzt kill, Bro! Halbes Herz, kill die jetzt mal! Geht auch nicht! Die laufen dir hinterher! Kill die! Ja, guck mal, wie sie kille! Weiter, weiter, weiter! Das wollt ihr Mini-Creeper! Und du hast verloren, Kaspar! Oh, du Armer! Was geht, Digga? Wo sind wir hier? Wir sind in einem krassen Lucky-Block-Race! Lucky-Block-Rendiment! Guck mal die Arena an, Alter! Wir haben voll viele Zuschauer gerade! Wir sind auch alle richtig am Jubeln und so gerade! Ja, ich spau mal zu dir rüber und hau dich mal kurz runter! Denkst du, ich sehe dich da unten nicht, oder was? Denkst du, ich sehe dich da nicht? Aua! 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 Geh weg! Geh weg! Geh auf, dass du bei mir vollzubauen! Ey, du darfst gar nicht so sein! Nein! Ich hab dir einen Baum gepflanzt, sag mal! Das war gar nicht schlimm, ey! Aua! Aua! Ey, du hast ganz viele Begins! Bro! Das sind Horror-Hühnchen! Wie, das sind Horror-Hühnchen? Das sind Horror-Hühnchen! Mit den Stiff was nicht! Okay, dann mach mal dein Ding auf da oben! Warum ist dein Ziel höher als meins? Weil ich cooler bin! Was krieg ich denn hier raus?! Jaaa! Was ist da, Alter! Oh mein Gott! Okay, ich hab immer ein paar Erze jetzt hier gerade bekommen! Ich würde mal sagen, ich geh mal hier nach unten! Wir machen natürlich am Ende wieder ein krasses Bende-Dick! Nein! Aua! Jaaa! Was?! Man verliert alle seine Items! Wahrscheinlich verliert man alle seine Items! Man, man verliert echt alle seine Items! Nein, nein, verliert man nicht! Ah, da rechts stehen auch die Tode unter uns! Ui! Okay, warte mal! Oh mein Gott! Der schwarze Wolf! Was?! Was sind das?! Das ist doch kein schwarzer Wolf! Der war aber eben dunkel, weil er einen Block gebackt hat! Hau ab jetzt! Was sind das für Dinger? Ey! Die sind so groß! Foxy! Foxy auch hier! Oha! Die sind extrem groß, ne? Okay, pass auf! Nein! Das kann nicht sein! Ey, ich hab zweimal schon! Jetzt ist es gerade Dinger aufbekommen, ne? Hä? Hahaha! Die Hälfte ist weggeflogen! Was hast du? So ein Hüftbock oder sowas, eine Wolle einfach! Okay, pass auf! Ich zeig dir jetzt mal hier, was ein Profi bekommt! Zeig mal! Oh! Oh! Ich hab einen Spawner? Ein Zombiespawner! Ey, Bro! Ich krieg nur Tiere! Was willst du denn? Ich hab so Ratten, Digga! Ihr habt so Ratten bekommen! Okay, komm, weiter geht's jetzt! Weiter geht's jetzt hier! Das sind Opossums oder sowas, glaub ich! Was für Opossums? Digga, das glaub ich nicht! Ich glaub, die können nicht sogar aufkommen! Warte mal, kann ich die alle hier wegwerfen? Ja, so! Weil die brauch ich alle nicht! Und ein paar Erz brauch ich eigentlich nicht! Oh, Leute! Guck mal, was ich hier drin hab! Was ist das? Hier, extra Lucky Blöcke! Vier Stück! Was? Hä, wie unfair ist das denn? Hä? Hä? Du hast gefurrt! Ich hab einen gefurrt! Ja! Was hast du bekommen? Verzaubertes Schwert mit Schärfe 5! Nein! Boah, ich werd dir so die Ehre nehmen! Zehn Angriffsschaden! Wir sind... Oh! Und ich hab verzauberte Lederrüstung! Immerhin, ich kann schon auf die nächste Etage gehen! Ich mach auf, ich mach auf, ich mach auf! Warte! Ah, Bro! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin wieder am Anfang! Der hätte ja sowas von geholt! Ui! Was ist das jetzt hier? In Ordnung! Oh Gott! Pfeil des Schildkrötenmasters! Digga, kann der jetzt noch abhauen, Alter? Der blöde hier! Nein! Oh! Was? Ich hab das Ding überlebt! Uh! Ganz viel Goldausrüstung! Alles klar! Hier, nach oben! Ah! Aha! Aha! Da bin ich! Okay, nicht schlecht! Was hast du da? Gelee? Und das nächste? Irgendwie geht gefühlt mein Dings gar nicht weg! Ui! Bro! Spinne! Riesenspinne! Ich hab eigentlich gar keinen Helm! Verzaubertes Dia-Schwert! Schärfe 5! Was? Was? Das darf nicht wahr sein! Ah! Oh Gott! Warte! Warte! Wenn ich das abbaue, bringt das irgendwas? Diablock! Die P! Hey, warum kriegst du denn das Dia-Schwert? Wie ist das denn? Nein! Ich hab mit Gold abgebaut und jetzt ist der Dia-Block weg! Ah! Das ist ja so schlecht, Digga! Das ist ja anders schlecht! So, warte mal! Ist hier noch was? Ist hier noch was cooles? Ui! Okay! Äh! Das glaub ich... Hey! Was war das? Was ist das denn gewesen? Keine Ahnung! Es geht gleich noch weiter in die nächste... Nein! Diese Schleimblöcke sind jetzt hier wieder am Start! Ich bekomm hier schon wieder... Ich werd schon wieder angegriffen von jedem! Von so Killer-Hühnchen! Sehr gut! So! Oh Gott! Was ist das denn? Hey! Ist ein Obsidian-Block! Bei mir auch! Hä? Bei mir auch! Eine Wand einfach! Ich hab das Gefühl, ich hab's jetzt die ganze Zeit, ne? Dieses Springen und dieses Schnellsein! Das geht nicht mehr weg! Ach so! Mach'n Diablock! Warum kriegst du so gute... Warum kriegst du so gute Sachen? Enderpearl! Yes, sir! Ich hab schon wieder gefurzt! Oh! Du hast... Oh mein Gott, Digga! Ich krieg... Alter! Bist du oben jetzt wieder? Ja, ich bin wieder am Spawn! Ne, ne, oben, oben, aber am Spawn! Ach so, okay! Ich geh jetzt schon in die nächste Etage! Da sind noch Endertronen und das Dinges... Warte mal! Ich könnte... Ja? Rufen! Hab ich Kohle? Ey, wenn ich Kohle hab, ne? Dann bist du... Hast du verloren! Wieso? Was hast du? Dann hast du verloren, Alter! Wenn ich Kohle habe... Wieso? Wieso? Wieso das denn? Ja, ich hab gute Erze auf jeden Fall! Ich hab ganz gute Erze am Start! Gar nicht! Nein! Die Füchse! Das war's mit dir! Nein! Oh Gott, schon wieder die Hühner! Können die mal bitte auffluren? Ey, jetzt geht meine Dings, glaub ich, vorbei, ne? Ich fall grad ganz langsam! Es ist weg! Ja! Und die Wölfe sind da immer noch! Und ich hab das noch! Ja, ich hab das noch! So, hier... Schönen die Wölfe da noch? Sind die doch unten? Die sind da immer noch! Ne, jetzt sind die weg! Noch einer noch! Wow! Ich hab ihn! Wie ist das?! Alter, ich hab den Kürbis auf! Ich krieg die ganze Zeit nur schlechte Items! Das ist ein bisschen... Durchgehend! Oh Gott! Ich hab noch nicht mal... Ich hab noch nicht mal was krasses! Oh Gott! Iiii! Okay, das ist gut! Was ist das hier? Das ist nicht schlecht, was ich jetzt grad bekommen habe! Wieso? Was hast du bekommen? Ist nicht verkehrt! Ist nicht verkehrt! Ah! Rappen! Du hast auch schon ne Rüstung, ne? Ja, wow! Ne Lederrüstung! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin vergiftet oder so! Ja! Ey! Wieder Obsidianblock hier! Das kann doch nicht sein! Und schon wieder den Wolf! Rein! Und noch einer! Oh! Ja! Ey, Mann! Was ist das denn?! Was ist das denn?! Wow! Oh! Oh mein Gott! Schärfe 5! Nein! Was?! Ich hab's auch! Ich hab's auch! Ich hab's auch, Kaspar! Ich bin doch einzig bei dir, ne? Oh mein Gott! Ne Dia-Spitzhacke mit Luke 3! Was?! Wieso bekommst du jetzt so was krasses auf einmal? Jetzt, 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 jetzt geht's dir ab, Alter! Hä?! Oh, was ist das?! Auf einmal geh ich hoch aus dem Nichts! So, pass auf jetzt hier bisschen! Okay! Die Sachen sind in Ordnung! Aber warte mal, ich könnte jetzt doch... Krieg ich dann... Ne, ich krieg die Ärzte dann, ne? Baut du das dann quasi gar nicht... Kürbis! Oh Gott! Oder? Warte mal, was ist?! Was ist?! Oh! Was machst du da? Was hast du da gemacht gerade? Ich kann die jetzt alle abbauen! Komm mal auf! Komm mal auf! Ja! Da kamen auf einmal drei Dia's raus aus einem! Oh mein Gott, Digga! Der hat dir die Ehre genommen, der blöde Dreizack! Gar nicht! Natürlich! Hast du mir jetzt einen geschenkt, oder was? Nein! Der hat ein Seil, Digga! Der hat mich dazu überwunden! Alter! Ich hab daraus 14 Dia's bekommen gerade! Was?! Was ist das? Hau ab jetzt! Was ist?! Ah! Ja! Au! Ey! Mein Dreizack brennt! Okay, warte! Ich hab ja zum Glück auch noch ähm... Aha! Was hast du? Ey! Was hast du denn? Digga! Baut das mal nicht ab, Alter! Mann mal nicht reden! Die muss ich dingsen! Verdammt! Die muss ich leider schmelzen! Emeralds muss man auch schmelzen, oder? Da kann man die abbauen! Oh mein Gott! Ein Wunschbrunnen! Oh mein Gott! Was hab ich bekommen?! Essen! Jaaa! Essen einfach! Ui! Okay! Feuerkugeln! Ich muss sagen, ich bin mit meinem... Hör mal auf jetzt hier! Hahaha! Oh mein Gott! Ah! Du hast nicht einen Bogen! Kannst mal sehen! Du hast nicht einen Bogen! Nein! Nein! Oh mein Gott! Mega Potions des Lebens! Wieso? Was hast du bekommen? Jaaa! Die geisteskrankesten Lucky Potions! Ah! TNT! Und das war's mit dir! Das war's mit dir! Au! Ich muss sagen, ich bin irgendwie... Mega! Ich bin gut am Start eigentlich so von... Stärk getrankt! Was hast du mir alles bekommen? Was? Ich kann mir was wünschen! Oh nein! 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 Ich fall runter! Oh Gott! So! Pass auf! Zack! Den Zombie weggeholt! Oh mein Gott! Das ist ein Buch! Was ist das seins? Oh mein Gott! Die Zombies! Jaaa! Ich hab ein gutes Buch bekommen! Bogen! Endlich! Das hab ich gebraucht! Schon wieder Make-A-Wish! Das hab ich gebraucht! Und? Was ist das? Nein! Was passiert? Hab ich Pfeile? Ja! Nochmal Make-A-Wish? Alter! Geister! Hau ab! Was für Geister, Alter! Alter! Hörst du die? Nein! Die haben gerade Geräusche gemacht! Oh! Potions! Ganz viele! Ja, hab ich auch! Die hab ich auch! Pfeile! So! Okay! Pass, pass, pass! So! Komm hoch hier! Ist das das Ziel? Ja! Das ist das Ziel! Jetzt bist du erst da! Alter! Ich bin schon am Ziel gleich! Ja, nein! Noch nicht! Chill erstmal! Dann! Ey! Ich brauch ne bessere Rüstung! Du hast schon die Rüstung, ne? Äh! Hab ich mir jetzt gemacht! Okay! Hier kommen wieder die Horror-Hühner! So! Das war wichtig! Und das war wichtig! Das heißt, die beiden kommen schon mal weg! Ich hab aber nichts zum, äh, zum Braten! Oder kann man mit Feuerkugeln braten? Geht das? Äh! Nein, das geht nicht! Der soll mir nochmal so'n Dings, äh, geben! Oh nein! Der blöde Creeper! Was soll der denn geben? Rappen! Oh Gott! Abgehauen! Ja, okay! So weg, so weg! Äh! Ich mein, der soll mir so'n Amboss nochmal geben! Oh mein Gott! Das kriegst du nicht! Du bist doch kein Amboss! Ja, dann kann ich mein, äh, Dings verzaubern! Wahrscheinlich bekommst du hier ein Amboss! Oh! Ah! Alter! Wulverskelett! Oh! Voll stark! Was wollt ihr, Alter? Oder ab jetzt hier! Oder ab hier! Nein! Nein! Oh Gott! Oh mein Gott! Hier ist die Arena! Was? Warum gehst du denn direkt da durch? Da wusste ich doch nicht, dass das letzte ist! Ja! Du hast immer gedacht, das geht doch voll lange! Den Amboss bekommen! Warte mal! Warte mal! Oh mein Gott! Wenn ich die beiden jetzt noch verbinde! Oh mein Gott! Ich hab den krassesten Bogen! Geh mal durch Ziel! Ich hoffe, wir verlieren die Items nicht! Oh mein Gott! Ich hoffe, wir verlieren die Items nicht! Ja, warte, ich komm! Alter, ich hab den krassesten Bogen grad bekommen! Holy Moly! Okay, ich bin auf jeden Fall! Oh mein Gott! Hier ist noch eine krasse Rüstung! Bist du durchgegangen jetzt? Oh mein Gott! Was hab ich hier? Sieh zu! Was hab ich hier noch für Rüstung grad bekommen? Sieh zu! Ja, ich komm doch! Warum gehst du doch direkt schon durch? Streff dich doch nicht! Ja! Mal gucken! Komm schon! Einmal bitte! Ey, ich bin draufgegangen! Ja! Ich sortier in der Zwischenzeit schon mal mein Inventar hier! Jetzt ist mein Speed weg, leider! Geh durch! Ziel! Hier ist noch ein Block! Ich hoffe, wir verlieren die Items nicht, ne? Wer? Nein, die verlieren wir nicht! Okay! Hier sind noch mal ein bisschen... Okay! Kleinen Wunschbrunnen hier! Alles entspannt! Und den letzten Lightblock hier aufmachen! Und leider nur Müll drin! Eich, Idiot! Hatte ja sogar Kohle! Egal! Okay! Pass auf, Kollege! Ich bin jetzt auf jeden Fall am Start, Kaspar! Bist du ready, oder was? Ich bin ready! Wo bist du? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay! Oh mein Gott, bist du bereit? Du bist so tot! Du bist so tot! Du hast keine Chance, Digga! Du hast keine Chance! Das glaub ich nicht! Bam! Boom! Alter! Boom! Oh mein Gott, Digga! Hau ab mit deinem Bogen! Ja! Hau ab mit deinem Bogen! Hau ab mit deinem Bogen! Kraft 5! Ich bin fast tot, ich hab ein Herz! Wo! Ja, ist doch gesagt, Alter! Kraft 5 war das! Ja, das war ja richtig langweilig! Das war ja richtig langweilig! Ich hab dich so geholt! Mega! Ja, weil du hier deine gekauften Items benutzt, Alter! Guck mal, guck mal. Da oben steht ne Lusche. Da oben. Guck mal. Oh nein. Oh nein. Jaaa. Du hättest mir wenigstens ne Chance lassen können. Ich hatte noch Tränke. Du hast doch nicht aufgehört. Jaaa. Du sollst nicht aufgehört zu schießen. Das killt mich nicht. Das killt dich nicht. Ich will hier keine ersten. Aber das war's. Jaaa, ich hab gewonnen. Kaspar, was genau? Oh Gott, oh Gott, was fehlt. Wir sind auf einem Block, aber es ist ein Regenbogenblock. Oh, der sieht krass. Oh, ich hab Erde bekommen. Warte mal, jetzt krieg ich mal einen Block weiter. Oh, Holz bekommen. Danke. Oh, noch mal Erde, danke. Wir müssen jetzt heute probieren, das Ding jetzt zu überleben. Lass mich mal abbauen. Ich will auch mal abbauen hier. Ey, mal gucken, ob wir die Items ver... Ich glaube, wir verliehen die Items. Nicht runter, Bro. Oh, nee. Nicht runterhauen. Ich hab mal Wasser geplaced, dann können wir da zur Not abhauen. Ja, ja. Na gut, was bringt das denn? Das brauche ich alles nicht. Ja, weil du mal runterfällst, kannst du da rein springen. Schweini. Hallo, Mr. Dicke. Nein. Nein. Hallo? Oh mein Gott, guck mal was ich bekommen habe. Ich auch. Da hinten, guck mal der Dicke. Was denn das für einer? Oh mein Gott. Was kommt der denn? Wo kommt der denn her? Lass mal kurz zu dem hier rüber bauen. Dem können wir glaube ich so... Ey, ich hab noch was gerade bekommen. Hä? Du auch? Ich auch. Spawn Island. Was? Ich kann eine Insel spawnen. Drück mal. Hä? Hab ich gemacht. Nicht genug Platz steht hier. Nicht genug Platz? Okay. Jetzt. Da unten. Was? Wie cool ist das denn? Alter. Wie cool ist das denn? Okay, warte mal. Ich glaube ich muss ein Holz hier machen. So. Ah. Okay. Ah. Der gibt uns. Was gibt der uns? Für so Elytra und so Goldäpfel und sowas. Was? Okay, okay, okay. Sehr gut. Dann bauen wir weiter ab. Oh, der wurde geupgraded. Ja, der wurde geupgraded. Ja, der wurde geupgraded. Bessere Sachen. Ja. Wie besser ist das hier, ne? So, guck mal. Oh Gott. Schön alles einmal. Ja, man kriegt auch schon bessere Sachen, muss ich sagen. Wir müssen Michael halt auch komplett durchspielen, ne? Ich hab jetzt Natur, Gras, Birken und Melone. Hm. Ich hab ne Melone. Okay. Okay. Unten. Ich hab nen Birken-Setzling. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wichtig. Okay, warte, warte, warte. Das heißt, hier schön den Setzling drauf machen. Oh ja, da gibt's auf jeden Fall ganz gute Sachen. Oh ne Kuh. Dich nenne ich Elma. Hallo Elma. Ich spawne jetzt auch noch mal ne Insel. Nein, meine Kuh. Warte. Ich hab ne Insel gespawnt. Busti. Da unten. Ey. Ey. Die ist rot. Ja, wie cool ist das denn? Ich mach mal hier unsere Plattform ein bisschen größer, ne? So, einmal alles ein bisschen größer machen. Weil das Ding ist, das wird glaube ich da noch richtig schwer. Ich krieg hier nur Erde raus. Ehrlich als ob. So, guck mal hier noch. Was soll das denn? Sag mal. Hier noch mehr Erde. Okay. Und der Crafting Bench. Warte mal ganz kurz. Ich hab jetzt schon drei Rainbow Blöcke, ne? Also Drain... Oh mein Gott. Hallo Foxy. Hallo Foxy, was geht? Oh, das ganze Erde hier. Du hast drei Rainbow... Ich hab vier von diesen Dingern. Vier von diesen Dingern. Und du siehst auch gerade oben rechts siehst du das Upgrade, ne? Nächstes Upgrade bei 250. Ja stimmt, bei 250... Oh, das ist ja schon Wasser. Hast du noch einen weiteren Wasser-Eimer bekommen? Ist ja verrückt. Äh, ja. Soll ich noch mal eins setzen? Zack. Hier. So. Okay, dann mach ich hier noch mal ein bisschen... Ja. Hier einmal, ne? Zack. Oh, mir fehlt auf jeden Fall... Nein! Was war das? Das Hähnchen. Das war ein Eimer nur. War nur ein Eimer. Alles gut. Oh nein, du doofes Hähnchen. Hey! Oh nein! Geh ins Wasser! Geh ins Wasser! Was machst du denn, Bro? Jetzt hab ich fünf Dinger weg. Lass mich mal wieder abbauen jetzt hier. Nein, du... Ja, okay. Du kannst hier auch welche haben von den Dingern. Nimm doch. Und glaube ich, jetzt haben wir fünf Dinger von dem weg gemacht. Ja. Ich kaufe mir jetzt erstmal was krasses davon. So. Und zwar... Ich kaufe dir mal was krasses. Warte mal. Wir könnten uns für acht Dinger eine Insel spawn nochmal kaufen. Hätten wir jetzt machen können, ja? Hätten wir jetzt machen können. Wie viel hast du? Äh, vier Stück. Und du? Drei. Also ein zu wenig leider. Ein zu wenig für die Insel. Aber wir kriegen jetzt gleich den Upgrade. Alle 25 Blöcke kriegen wir jetzt so ein Ding geschenkt. Ah stimmt. Du kannst jetzt mal hier so ein Ding bekommen? Ja. Okay, hier. Hier. Dann hol mal so ein Teil. Okay, jetzt spawn ich die Insel. Bereit? Drei. Zwei. Eins. Und los! Oh! Wow! Was? Ein weiterer Block? Das ist noch einer! Ich geh da hin. Hä? Wie krass ist denn das? Dann können wir uns zusammen abbauen. Ja, ja. Oh mein Gott. Das ist ja richtig heftig. Du hast dir einfach einen weiteren Block geholt. Alter, dann geht das doppelt so schnell. Dann können wir auch ins End irgendwann. Ja, genau. Ich krieg hier gerade auch einfach nur Erde, ne? Das ist richtig schlecht. Ja, man steht richtig auf der Erde. Vielleicht ist das auch ein Lucky Rainbow Block oder sowas. Das wird auch sein. Ich hoffe doch, dass wir mal ein bisschen mehr Glück haben. Soll ich mal die Blöcke ein bisschen größer? Überlebe ich den schon hier runter? Ja. Wow! Oh mein Gott! Oh Gott, ey. Ey, der ging nur einmal. Da kam nur ein Ingrid raus. Also ein so ein Block. Und jetzt musst du wieder hochkommen, oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und dafür habe ich manchmal genug Blöcke. Ist gar nicht witzig. Hast du ja keinen Baum, doch du hast deinen Baum. Doch, doch, doch. Da hast du noch alles entspannt dann. So, mal mal gucken. Wir haben jetzt schon 183 von dem Upgrade hier gemacht. Soll mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir uns zu den anderen runtergraben sollen. Ich meine, wie grabt man sie auch hier jetzt am besten runter? Nein, die bringen nichts. Ich glaube, die bringen nichts. Die Insel, oder? Die bringen nur Essen, ne? Die bringen nur Essen. Das eine Ding bringt halt echt nur so Pilze. Okay, ich bau mal wieder ein bisschen weiter ab hier den Block. Oder mach du? Ja, genau, genau, genau. Okay, warte, ich habe jetzt schon einen weiteren Rainbow Innig. Ich habe jetzt noch zwei Eimer. Und so Grasblöcke und Melonen und sowas, ne? Oh, Zuckerrohr. Und zwei Eichensetzlinge. Das heißt, hier einmal. Okay, die kannst du eigentlich schon mal placeen für Holz, ne? Genau, dass wir mit Holz haben. Ich weiß, dass das eigentlich mal gut wäre. Eisen. Und wir können auch Dias mit dem Typen traden, fällt mir gerade ein. Ich sehe es gerade. Wir können echt mit dem Dias traden. Hier, nimm mal meine Rainbowblöcke. Du kannst mal irgendwas krasses kaufen davon. Was kann ich davon kaufen? Mit sechs Stück. Ich glaube, dass ich das mal damit viel kaufen kann. Nein, passt. Was kannst du dir doch locker holen, ne? Verzauberte Äpfel und ein Dia könnte ich mir holen. Ne, zwei Dias. Also es lohnt nicht. Aber es macht, glaube ich, mehr Sinn, diese Äpfel später zu holen. Geh gerade auf jeden Fall weiter ab jetzt. Ah! Aua! Alter! Vorsichtig! Ja, das war cool. Wenn du mich hier haust. Aber ich kriege ja auch nur Erde raus. Jetzt gleich kommt aber das große Upgrade. Nein! Oh, endlich, sag mal. Ja, das große, das große Upgrade ist auch hier lang, äh, lang drauf warten, ne? Oh, mein Gott. Oh Gott. Ja, 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 ja. Hier noch die letzten 17 Blöcke noch. So, okay. Die letzten 17 Blöcke? Ja, und? Zehn Blöcke jetzt nur noch. Und? Neun, acht. Ach schon. Oh Gott, was glaubst du? Wie sieht das Upgrade aus? Ich glaube, wir kriegen krassere Sachen dann da raus. Ich hoffe, wir kriegen jetzt extrem krasse Sachen. Okay, einer noch. Und? Und? Wow! Und jetzt? Und was kriegst du? Warte, was kriegt man denn jetzt hier? Normale Sachen habe ich bekommen. Hä? Kohle! Sicher? Ich habe einen Kohleblock bekommen. Oh, Kohle ist schon mal nicht schlecht, ne? Ah, ja. Ich mache schon mal eine Spitzsache. Was kriege ich jetzt hier gerade? Holz habe ich gerade gesehen. Erde. Aber man kriegt ein... Oh, eine Kuh. Okay. Aber die Sachen sind eigentlich gar nicht so krass geupgradet, muss ich sagen, ne? So, jetzt hier schön weiter abbuddeln. Wadabum. So, okay. Ah! Oh! Was ist los? Was? Ich habe einmal was runtergefallen. Was hast du denn da? Sag mal. Ja, ich mache schon mal schön Fleisch hier für uns. Und zack, hier auch nochmal. So. Was habe ich denn jetzt hier noch bekommen? Wir haben Kartoffeln bekommen. Ich sehe gerade da unten ist voll viel Stein, ne? Bei der anderen Insel da unten. Da können wir sogar... Haben wir sogar richtig viel Essen? Das meine ich ja. Wir haben Essen, Steine und so. Okay, warte mal. Ich baue rüber und dann springe ich ins Wasser, MLG-artig. Pass auf. Okay, okay. Da bin ich auch mal gespannt. Ja, ich werde zugucken. Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du schon da oder was? Reicht mir. Reicht mir. Der Profi macht das von mir aus. Reicht dir? Okay, dann zeig her. Ich bin gespannt. Okay, es geht los. Und... MLG-artig. Oh mein Gott. Was? Das hat weh getan. Aber ich habe es sonst nie überlebt. Und wie ist die denn? Ganz viel reife Sachen. Nein! Was? Die Stachelbeere hat mich gestochen. Du hattest nur ein halbes Herz oder was? Ja, meine ganzen Sachen sind runtergefallen. Oh nein, du bist so ein Idiot. Wir brauchen noch diese Rainbow-Dinger. Die Rainbow-Bahn. Aber lang noch ein paar Sachen. Die habe ich noch. Ehrlich? Ja, die habe ich noch. Aber auch mein Schwert und sowas alles. Mann. Stimmt, du hast dein Schwert gemacht, ne? Mann. Spitzsacke und alles. Aber egal, ist nicht schlimm. Hier ist Gemütsstein. Und ich habe einen Lave-Eimer. Und Glühbeeren. Was sind denn Glühbeeren? Ah, hier ist meine Spitzsacke. Au! Oh, wir haben einen Villager. Aber der kann nicht traden. Was? Voll unnötig. So, jetzt hier ein bisschen weiter. Buddeln. Es sind nur noch 100 Blöcke, um das nächste Upgrade zu bekommen. Sehr schön. Ich habe hier schon mal ein bisschen den Basics da für uns. Ja, das ist gut. Ey, der sieht so cool aus, der Regenbogenblock. Alter. Der sieht extrem cool aus. So, mein Inventar ist fast voll. Ich glaube, ich muss jetzt langsam mal hier eine Kiste machen. Damit wir auf jeden Fall auch nicht so viel nachher verschwenden. Jetzt packe ich erstmal alles hier rein, was ich gerade erfarmt habe. Ich glaube, es ist nicht so verkehrt, ne? So. Und ich lasse nur die Kartoffeln über. Oh! Oh mein Gott. Bist du wieder drauf gegangen? Nein, nein, nein. Alles gut, alles gut. Was machst du denn überhaupt da unten gerade? Ich fahr am Stein. Ich fahr am Stein, damit wir Ofen machen können und Spitzhacke und sowas alles. Das ist gut. Das ist wichtig. Der Hund greift direkt. Nein, der Hund. Der Hund wird drauf gehen, ist im Wasser. Der Idiot. Nein. Und der fällt runter. Nein. Doggy. Doggo. Der war so gut, weil er hat die ganze Zeit die Tiere geholt. Oh Mann. Okay. Naja gut, aber mein Gott, ist halt nicht schlimm. So, komm schon ein bisschen weiter jetzt hier. Bisschen schön dagegen. Oh Gott. Aua. Nein, die Kuh ist gestorben. Nein, als ob. Ich hab auf jeden Fall richtig gut Essen für dich, wenn du darauf Hunger hast. Hier auch nochmal schön ablaufen. Ja, das ist einfach nicht verkehrt mit Essen jetzt gleich, ne? Das ist nicht verkehrt. Ich würde sagen, ich komme mal wieder nach oben, ne? Das ist mir ein bisschen zu ungeheuer. Ja genau, komm mal wieder her. Komm mal wieder her. So, dann kannst du auch den Block weiter abmachen, weil wir zählen nur auf 50 Stück fürs nächste Upgrade. Oh mein Gott. Sehr gut. Ich weiß, ich weiß. Ich muss noch ein bisschen Erde mit hier sagen. Ne Baby Kuh. Oh mein Gott. Wie nennen wir die? Ne Baby Kuh. Das ist eine gute Frage eigentlich, ne? Tutti. Die heißt Tutti. Tutti. Wieso ist das ein guter Name für ne Kuh? Ich mache nochmal ne Kiste, dass wir ne Doppelkiste haben. Was tutt die Kuh? So, guck mal. Wir sind fast jetzt hier bei dem nächsten Upgrade. Dann kriegen wir endlich mal wieder bessere Sachen. Oh mein Gott. Ja. Sehr gut. Schön, nochmal weiter abbuddeln hier das Ding. Und 5, 4, 3, weg mit der Kuh, weg mit dem Schaft. 2, 1 und Upgrade. Und yo. Was kommt da jetzt immer raus? Guck mal was kriegen wir jetzt für die Sachen. Guck mal die Sachen, ne? Ja. Sind die Sachen anders oder besser? Ne, Samen oder so. Das hatte ich aber wohl vorher schon. Hä, was? Die Standardsachen einfach nur. Voll schlecht. Voll schlecht. Ja, ich würde sagen, wenn wir im nächsten Part einfach weitermachen. Ja, hört sich gut an. Okay, optimal, sehr gut. Let's go. Ich hab noch ein Roheisen in den Ofen. Haben wir noch genug Holz? Ich hab noch ein Roheisen im Ofen. Alter, nur Eisen. Die ganze Zeit nur Eisen. Okay, sehr gut. Dann bau ich auf jeden Fall ordentlich ab. Wir kriegen ja auch richtig viel Stein. Ich glaub wir kommen gleich zur nächsten Stufe. Kannst du? Diamanten! Oh mein Gott. Das Eisen brennt gerade. Mach ne Eisenspitztacke. Ich mach ne Eisenspitztacke raus. Oha. Und damit schön Diamantenfarm. Okay, einen hab ich schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und Gold. Gold haben wir jetzt auch. Wo können wir noch mal Gold für verwenden? Für die Goldäpfel natürlich. Ich hab einen Apfel. Gold kannst du mir direkt gehen. Oh! Warte mal, ich lass das raus. Nicht auch, was machst du denn? Was brauchen wir das Fleisch? Wir hätten die Perlen können, wenn da ein anderes kommt noch. Aber haben wir Weizen? Weizen haben wir ja gar nicht. Wir haben doch gar keinen Weizen. Sooo. Schön das ganze Gold abbauen. Oh nein. Meine Axt ist komm und dann kannst du mir ein Holz geben. Unlock Stage 4. Wir sind bei Stufe 4 jetzt. Sehr gut, sehr gut. Lapis Lazuli ist da glaub ich, ne? Sooo. Ey, da kriegen wir mal... Oh mein Gott. Was sind das hier grad für krasse Blöcke? Ich hab grad einen krasse Blöcke. Wieso, was bekommst du da? Gold, Lapis, Lapis. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also Lapis ist richtig wichtig, glaub ich, ne? Für einen Schaden. Ich hab schon mal eine Brustpanzerplatte. Wir brauchen aber noch mehr Eisen. Wir müssen halt mehr... Ja, wir müssen halt mehr... Wir brauchen Kohle eigentlich. Warum haben wir keine Kohle? Stimmt. Alles aber keine Kohle. Händen wir uns Kohle gerne... Wir haben aber Holz. Wir können Holz fahren. Und Holz kann man auch als Kohle benutzen. Hab ich auch gesagt. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Oh! Was ist? Oh, was ist? Ein Schaf! Kiss! Ja! Los! Dann können wir schlafen gehen. Sehr gut, sehr, sehr wichtig. Das Fleisch ist auf jeden Fall wichtig. Noch eine Kiste und noch mal Kies. Alter, wie viel kommen denn jetzt hier, bitteschön? Hier kommen grad extrem viele. Oh, die Burg ist ja mal mega weit weg noch. Das ist ja locker noch 300 Blöcke, oder? Ey, jetzt ist die Kiste weg. Oh, noch eine Kiste. Nochmal Kies. Also echt. Oder glaubst du, wir können mit dem Nether-Portal da irgendwie hinreisen? Ähm, ich glaube schon, ja. Doch, könnte sein. Müsste noch funktionieren. Hier schön Kies. Ey, ich krieg grad extrem viele, äh, extrem viel Kies, ne? Sehr gut. Ist das jetzt hier? Ich brauche hier ganz entspannt meinen Weg weiter. Okay, jetzt kriegen wir grad so krasse Blöcke. So, zack, zack. Nochmal. Ey, noch mehr Kies. Also ich krieg so viel Kies gerade. Ah, wir müssen halt immer noch... Also das ist ja noch gefühlt eine halbe Weltreise, um da hinten hinzukommen. Ja. Wir müssen irgendwie Silvesterraketen craften, oder so. So, zack. Ah, ich kann die auch einfach abbauen. Das heißt, dann kommen die beide gleichzeitig raus. Ich hab jetzt einfach 18 Kisten am Start und 17 Kies, ne? Alter, nicht schlecht. Sehr gut. Da hängt jetzt hier ein bisschen Power auf jeden Fall auf dem Boden. Ich guck mal, ob ich jetzt hier noch Granit jetzt hier... Ich mach jetzt mal ein bisschen dickere Kisten, damit wir auf jeden Fall... Ja, sehr schön. ...zack, Platz haben. Ich hab auch einiges an Erde gefarmt jetzt, so. An Erde? Guck mal, der Baum ist auch groß. Ja, ich hab einiges an Erde gefarmt. Guck mal, der Baum ist auch mega groß, ne? Oh, der ist echt gut, ne? Aber dann, wenn du gut Erde hast, dann, äh, dann geh da hinten mal weiter und baum mal weiter. Ich mach jetzt mal die Blöcke noch mal weiter. Vielleicht kommen wir direkt schon zu den nächsten States, weil ich hab jetzt grad... Ey, wieder ganz viel Kies, ne? Was glaubst du, was da noch für Materialien rauskommt? Und vielleicht ja irgendwann einfach, wenn wir alles in dir ausrüstung oder so, das wär auch richtig schön. Könnte auch sein, ne? Aber vielleicht reicht ja auch einfach Eisen. Also wir brauchen ein bisschen mehr Eisen. Ja, Eisen. Also zumindest, dass wir beide ein Eisenschwert haben, weil gegen den Enderdragon will ich die einfach so kämpfen. Ich hab jetzt schon wieder 27 Kies, Alter. Ich hab so viele Kies jetzt. Also 44 schon insgesamt. Und ich kann jetzt nochmal... Ich hab auch 43 Kisten, ne? Oh, Stage 5 unlocked, Kaspar. Jetzt haben wir schon Stage 5. Oh. Sehr gut, sehr gut. Ich bin ja schon mega nah an der Burg dran. Ich glaube, ich muss jetzt einmal ganz kurz mit dem Eisen... Ja. Weil jetzt sind ja gerade ganz, ganz viele Blätter, die ich gerade abgebaut hab. Aber ich glaube, die müssen komplett abbauen. Ah. Ich mach jetzt mal ganz kurz hier ne Schere. Eine. Ja, sehr schön. Also du könntest langsam schon mal so ein bisschen krasse Ausrüstung craften, weil die Base ist auf jeden Fall in ganz naher Zukunft hier. Ehrlich? Sagen wir so noch ein halbes Stack oder so, dann können wir da schon rauchen. Oha, sehr gut. Okay, weil ich mach jetzt hier erstmal schön die ganzen Blätter. Alter, ich... Also mach nur irgendwie Eisensachen und dann können wir da mal gucken, was da überhaupt... Ich craft da extrem viele Blätter, ne? Bar, bar, bar mit der Schere. Ich geh da richtig durch. Wofür brauchen wir die? Kannst du... Achso, Vollgas. Äh, ich glaub einfach, um dann noch rüber zu gehen oder so. Boah, das wird knapp, das wird knapp, glaub ich. Wieso, das wird knapp? Ich glaub, ich brauch noch ein paar Blöcke von dir. Ich hab nur 30 Blöcke jetzt. Ah, ich hab extrem viele Dingens, ne? Ich hab jetzt schon 49 Tropenbaumblätter. Uh, sehr gut. Genau das können wir... Okay, wir können rauf. Wir können, glaub ich, rauf. Ehrlich? Ja, du kannst rüberkommen, aber komm nicht ohne Eisenschwert. Wir brauchen auf jeden Fall ein Eisenschwert. So, alles erstmal jetzt hier wieder reinmachen in die Kiste. Boah. Ich würd sagen, ich fahr mir jetzt erstmal hier ein bisschen weiter. Und hol mal Equip für uns. Ja, ja, Equip und sowas. Meine Ewigkeit später. Jibiii, ich hab jetzt endlich... Ah, das hat so lang gedauert, ne? Alter, da bist du ja. So, ich hab jetzt auch endlich meine... Cool Iron-Ausrüstung. Hast du mir was mitgebracht, Fahrneausrüstung? Nee, ich hab mir nur ne... Wie? Ja, komm, Bart, ich geb dir... Du kriegst die Hose, okay? Du kriegst die Hose. Na gut, na gut. Dann haben wir's aufgeteilt. So, dann müsst ihr jetzt hier noch den Rest drüber. Da sind auch Tiere und sowas, ne? Ja, ich seh das schon. Ich bin echt gespannt, was da drüben sein wird. Ey, das muss, glaub ich, richtig heftig sein, ne? So, schön rüber. Es muss heftig sein. Und glaubst du, da ist auch direkt dieses Portal, dass wir da rein können? Also, es stand am Anfang, dass da direkt das Portal sein wird, ne? So, Alter, das hat grad so lang gedauert, ne? Ich hab hinten so die ganze Zeit abgefarmt. Alter, okay, endlich! Und jetzt hier, komm! Ich brauche ein Schwert oder sowas. Ja, boom! Die Kuh! Runter mit der! Alter, okay, okay. Oh Gott, fall nicht runter, fall nicht runter. Nein, nein, nein. Aber ich glaub, Brom essen grad... Ich glaub, Essen brauchen wir grad gar nicht, ne? So, okay, dann... Okay, komm, lass gucken, was wir hier finden. Dann müssen wir in die Base oder so reingehen, ne? Alter, wie schnell bin ich bitte unter Wasser? Joll? Ich war ja mega, bin ja mega schnell geschwommen gerade. Ich auch, ich auch, wenn man so schwimmen kann nach oben, ne? Da ist ein Lama! Ich seh's, Katz! Ich bin ein Villager! Oha! Das will ich haben! Hä, und hier sind auch sogar... Hier sind auch sogar Öfen. Ist da was drin? Ne? Ne? Hallo, ich möchte... Ey! Oh mein Gott, hier sind drei Diamanten! In der Kiste drin! Ey, geh mal, geh mal! Lass mir mal ein Diamantschwert machen! Ja, okay, warte, da ist bestimmt irgendwo ein, äh... Ding ans! Das ist in der Portal! Warte mal! Hier war das in der Portal, links! Das ist hier doch so! Ey, das sieht voll groß aus hier, ne? Alter, das ist mega groß! Was gibt's hier noch für Geheimräume? Ich bin echt gespannt, was man hier noch entdecken kann! Oh Gott, also das sieht auf jeden Fall echt krass aus! Aber irgendwo muss hier eine Crafting... Da ist eine Crafting-Mensch! Hier ist noch ne Kiste! Was ist drin? Ne Ender-Perle! Was? Okay, das ist natürlich krass! Aber, äh... Das ist sehr stark! Lass mal zum Portal gehen! Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir genug Ausrüstung für haben, ne? Ja... Wir haben gerade noch nicht wirklich viel Ausrüstung... Warte, hier sind noch Kisten! Also, ich sag mal so, ohne Schwert kann ich gegen den auf jeden Fall nicht kämpfen! Naja, ich weiß, ich weiß... Also ich guck grad hier... Also hier ist doch was, oder was? Hier ist nichts drin! Hier sind die Öfen drin, oder? Hier sind die Öfenste... Oh mein Gott! Wow! Hahaha! Was ist das denn? Hä? Alter! Alles! Okay, ich nochmal... Was ist das für ne kranke Ausrüstung? Hä? Okay, das ist... Wir haben einfach mal Full-Deal gerade bekommen! Das ist echt krass! Trank der Stärke auch noch, ne? Ja, so... Trank der Heilung... Ey, ich kann ja gar nichts mehr mitnehmen hier! Wie viel hast du jetzt? Zwei Gold-Äpfel, Alter! Du hast mir einen geklaut hier! Ja, du hast doch... Wir teilen hier schon viel auf! Ich hab auch zwei! Ich hab auch zwei! Achso, ich dachte... Warte, man kann ja die Eisrüstung wegmachen, Alter! Das brauche ich die ja gar nicht! Aber denk dran, dass wenn wir da rein wollen, dass wir da auch ein paar Materialien mitnehmen, ne? Ja, ich weiß auch gleich... Und wofür sind die Betten nochmal? Wofür braucht man das denn nochmal? Boah, das sieht so krass aus, ne? Äh, die Betten... Du kannst ja mit den Dings zerstören! Den Enderdrachen! Den Enderdrachen, oder? Ja, ja! Dann bräuchte die Diamanten auch nicht! Der Bogen jetzt hier... Ey, so viele super Tränke auch, ne? Sehr stark! Ey, die Tränke sind krass! Tank der Stärke! Ich hab ja nur drei Tränke hast du! Wie viel hast du denn? Ich habe drei Tränke der Heilung, ich glaub ich geb dir mal einen, ne? Ich hab jeweils zwei! So, okay, ich hab jetzt glaub ich alles, alles ready! Ja! Bist du ready, wenn wir jetzt hier... Warte! Ja, okay, 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 ich bin bereit, ich bin bereit! Es ist offen, okay! Weißt du, was das Problem ist? Wenn wir jetzt da drin spawnen sollten, kann es sein, dass wir runterfallen und sterben, ne? Niemals! Wuhuuu! Ich geh rein! Ohhhh! Oh mein Gott! Nicht hingucken! Nicht hingucken! Alles gut, alles gut! Okay, alles in Ordnung! Wo ist denn jetzt der Enderdrache, sag mal? Wo ist der Enderdrache, hä? Da hinten ist ein Brunnen, da hinten ist ein Brunnen, siehst du? Das ist das Enderportal da hinten noch nicht! Ey, warte mal, müssen wir jetzt hier weitermachen? Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Wo ist der Enderdrache? Au! Oh mein Gott, Hilfe! Mach die... Oh mein Gott! Leg das Bett weg! Bogen, Bogen, Bogen! Ey, das Bett weg so geht gar nicht! Trink die Stärke! Trink die Stärke! Okay, warte Stärke! Trink die Stärke! Wo ist der? Irgendwo oben! Au! Aua! Aua, okay! Bau was, bau was, bau was, bau was, bau was! Hau die K.O. Hau die K.O. Hilfe! Hau die K.O. Du musst einen Pilz bauen, du musst nur einen Pilz bauen! Warte mal, ich bin gleich tot! Ich helf dir, ich helf dir! Warte, ich mach die Musik! Nein! Au! Du hast mich gekillt! Da bin ich doch schon wieder! Der ist hier irgendwo unten noch rumfliegen glaube ich! Ich weiß es nicht genau, irgendwo fliegt der auf jeden Fall rum! Da kommt der, da kommt der! Ja! Ja! Weiter, 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 weiter! Mit Schwert doch, mit Schwert doch rauf, ne? Mit Schwert doch, mit Schwert doch rauf, ne? Der kann sich glaube ich kein Leben geben! Ah! Hast du Stärke getrunken schon? Ja, hab ich, hab ich! Ich trinke hier auch nochmal! Aber meiner ist gleich weg, glaube ich! Er kommt immer 12 Uhr von diesem Brunnen da hinten! Siehst du den? Du hast doch Trank der Heilung! Er kommt, er kommt, er kommt! Oh Gott! Kommt noch! Au! Die erschwert reinhauen! Ja, sehr gut! Und nochmal mit Boden! Ey! Oh Gott! Oh sorry, sorry, das war knapp! Das war knapp gerade! Ich glaube, er kommt wieder! Okay, warte, ich trinke Trank der Stärke schnell! Er kommt, er kommt, er kommt! Okay, okay, okay! Mit Bogen, mit Bogen, mit Bogen! Oh, mit Schwert, mit Schwert! Mit Schwert! Nein! Was machst du denn? Was hab ich denn? Du hast mich runtergehauen oder so! Schon wieder! Da! Los! Feuer! Feuer, ja! Schwert, 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 Schwert! Wichtig! Wichtig, wichtig, wichtig! Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut! So, komm schon, letzte Runde! Da ist er! Los! Ja! Oh, jetzt ist er wieder weg! Ich seh ihn nicht! Ich seh ihn nicht! Er hat Angst! Er hat Angst! Er hat Angst, Kasper, er hat Angst! Er hat Angst! Ich esse jetzt auf jeden Fall mal den Goldapfel! Ich werde auch Goldapfel! So, und jetzt geh ich hier vorne hin! Da ist er! Da ist er! Los! Komm schon! Mit Bogen! Oh, was? Als wenn er jetzt da hinten liegt, als er bleibt! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist ein Portal dahinten! Ne, ne, ich glaube, wenn er jetzt gleich kommt, dann haut er uns ja weg! Da muss er noch einmal zu uns hinkommen! Da soll sich mal trauen! Und ein Enderman sind zurück auf der Plattform! Oh nein! Oh nein! Äh, warte mal, warte mal! Da gibt's nen Trick, da gibt's nen Trick! Und jetzt noch einen! Ach du Gott! Alter! War das laut gerade? Ja! Was wollte der denn? Wir sind so kurz davor! Ist er da in der Mitte oder so? Ich weiß es nicht! Oh nein! Ich hab über dich rief... Hä? Du hast ihn getroffen! Ey, jetzt hab ich das verpasst, Alter! Weil du mich runtergeschubst hast! Aus Versehen! Das tut mir leid! Ohne Spaß! Ich musste voll lange hinlaufen! Aber guck mal! Da vorne ist das Portal! Ja, ich hätte gern gesehen, wie der drauf geht! Ja, der ist ein bisschen... Du kennst das doch! Du hast doch schon tausendmal Minecraft gespielt! Sehr gut! Ja! Schön weiterbauen! Als kleine Entschuldigung bekommst du hier meine Tränke schonmal! Hier, komm! Ja, was sollen wir jetzt Tränken? Wir haben die jetzt... Ja, was? Entschuldigung hier! Nimm doch! Und rein da! Wuuu! Yeah! Wir haben Minecraft durchgespielt mit nur einem Block! Hahaha! Juhu! Hallo, Caspar! Jo! Ohohoho! Tanz, tanz, tanz! Hallo! Tanz, tanz, tanz! Guck mal! Wir müssen heute wieder anscheinend... Was sagt er? 24 verschiedene Knöpeln finden! Okay! Und ich kann mir auch schon vorstellen, wo der erste versteckt ist! Wahrscheinlich direkt oben, oder? Wahrscheinlich oben, oder? So, mal gucken! Müssen wir einen Parcours machen, oder was? Ich würde dich halt jetzt schon gerne runterhauen, muss ich sagen! Ich würde dich auch gerne runterhauen, aber ich mache es lieber alles! Na, was habe ich hier gefunden, hä? Was ist da? Den ersten Knopf, also! Let's go! Oha! Das Ding ist, heute haben wir so einen Regenbogen, äh, Regenbogen-Map, das heißt, Button found 1 und 24, das heißt, die Farben erinnern sich mehr zum Regenbogen! Ach lau, wie cool! Okay! Ich frage, wo jetzt hier der nächste ist, wenn der jetzt direkt wieder oben ist? Oder vielleicht... Ach, das wäre es vielleicht, wenn der da jetzt einfach nur oben... Oder wobei, es ist gerade mal Runde Nummer 2! Deswegen kann ich mir... Es ist gerade mal Runde Nummer 2! Also hier ist es einfach nicht, aber ganz oben kann er, glaube ich, nicht sein! Weil ganz oben kann man nicht hin! Hä? Wie kommt man... Man kommt ja nicht mal nach ganz oben! Der erste Knopf ist wohl... Äh, der zweite Knopf ist wohl direkt richtig versteckt, ne? Alter, direkt schwieriger! Ja, ich habe aber direkt eine gute Idee, wo der sein könnte, nämlich... Wo denn? Wo denn? Was glaubst du, wo der ist, hä? Okay, okay, es hätte sein... Ja, ich hätte sein... Ah, ich hab ihn! Hast du ihn schon? Hier! Zack! Ich habe ihn trotzdem nicht gesehen, wie krass! Er war unten in der Wand so drin... Wie schlecht! Okay, 2,24 haben wir jetzt schon, mal gucken... Oh, hier brennt auch alles... Hier, locker! Locker hier so hoch springen! Ja, ist der, oder? Wieso, ist er da? Und hoch springen? Und jetzt hier aufs Dach drauf? Und locker hier auf dem Dach irgendwo? Ja, das muss man locker machen! Oh mein Gott! Guck mal, wir sind so blind! Der war hier schon! Warte, warte, ich komm, ich komm! Wo ist der? Warte, ich komm! Hier oben, ja! Und hier... Wo ist der Knopf? Na, na, zeig mal! Voll offensichtlich, Alter! In der Ecke einfach drin! Okay, was ist denn hier in dem Raum drin? Hier ist anscheinend... Bisschen dunkler, oder so, ne? Level 3! Mal gucken, geht's hier nach oben? Ne, hier geht's hier nach oben! Ah, warte, guck mal hier, ich hab ein paar... Pass auf! Boah, ich weiß wo! Ah! Du meinst da! Bro, du meinst da vorne, oder was? Wo denn? Hier, da! Da drüben, da oben! Müsste der doch sein! Da ist er gar nicht, ich seh nicht! Komm mal mit mir mit hier! Ich glaub, dass der hier vorne irgendwo ist! Boah, ich glaube, ich weiß, wo wir hingehen müssen! Hm... Hopp! Ah, verdammt, es ging... Hä? Da muss der ja richtig... Oh! 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 Jump and Run, König! Jump and Run! Der muss jetzt locker hier oben irgendwo sein, ne? Ja, locker, locker, locker! Hier lang! Warte, war der grad drauf da oben? Hier drin? Oh mein Gott, ist der hier? Hä? Ist der locker jetzt hier drin? Ne, ist der hier drin? Aha! Hä? Auch nicht! Äh, der ist hier nirgendwo! Ähm, hier! Ja, 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 ja! Haben wir gesehen! Oh! Jetzt sind wir schon bei gelb oder orange! Stimmt, wir sind schon orange, ne? Warte, ich klette mal! Ach, das ist gar keine Leiter! Okay, da kann man ja nicht hochgehen! Hä? Hä? Ich weiß nicht, dass der hier drin ist! Hä? Wir können hier hochgehen! Und wir können hier hochgehen! Was? Das ist, äh, ich vermute mal, dass der hier in der Ecke ist! Hä? Ist er da? Ist er da nicht? Nein! Nein! Au! In der nächsten Ecke wahrscheinlich! Der ist da nicht, Kaspar! Der ist da nicht in der Ecke! Aha! Okay! Du sagst also, der ist da, ne? Der ist da nicht! Hä? Zeig mal her! Was hast du da für einen geheimen Versteck? Also, das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt, muss ich sagen! Oh! Ey, ist der wirklich nicht, oder was? Ist der wirklich nicht! Ich hab dich nur geprankt! Also, ich sehe ihn auf jeden Fall nicht! Ey, okay! Also, die sind auf jeden Fall echt gut versteckt, muss ich sagen, ne? Hinter oder so? Hast du ihn ge... Nein! Hier einfach in der Ecke drin! Was? Oh mein Gott, so simpel! Oh! Was ist denn das für ein Level? Ja, Magma-Level! Ja, Magma-Level! Ja, okay! Okay, müssen wir hier so schön hochgehen! Hallo! Ey, du bist so blöd! Ja! Du bist so blöd, Alter! Selbstschuld! Das passiert, wenn du mich ärgern willst! Selbstschuld! Unglaublich! Ob du den jetzt hinten wirst, ist die Frage! Hm... Hm... Wo könnte er... Wo könnte er bloß sein? Ich weiß auch nicht, wo er sein könnte! Irgendwo ist er gerade! Ich weiß auch nicht, wo er ist, ne? Guck am besten... Guck am besten mal da unten! Vielleicht hier! Ja! Okay, ich hab ihn gedrückt! Oh, nicht schlecht! Okay, also das war auf jeden Fall echt ein sehr, sehr einfacher, muss ich sagen! Der war echt sehr, sehr einfach! Oh mein Gott! Guck mal! Wir müssen uns selber den Jump'n'Run hier bauen! Mit den ganzen Wegen! Was? Hast du den Sprung da rauf? Auf diese Treppe? Wie... Warte mal so... Und hier? Oh mein Gott! Ich seh's! Ne, das kann man... Doch, das kann man gar nicht schaffen! Hast du ihn gefunden? Oh mein Gott! Ich seh hier was ganz anderes! Hast du den Knopf gefunden? Nein! Aber noch was hier Besseres! Oh mein Gott! Ey! Hier musst du wahrscheinlich noch rauf! Ach! So! Okay, ich bin oben angekommen! Warte, ich komm! Ich komm! Ja, ich warte hier auf dich! Hey! Warum geht das nicht? Und es geht hier sogar noch weiter! Lol! Okay! Warte! So! Ja, sehr gut! Und jetzt hier rauf! Genau! Und jetzt hier rauf! Und jetzt hier rauf! Und da! So! Jetzt hast du es! Und hier oben soll der Knopf sein, oder was? Ich hab ihn noch nicht gesehen, ehrlich gesagt! Ich weiß nicht, ob der hier ist! Guck mal! Es geht auch noch hier! Wir hätten vielleicht von unten... Nein! Oh mein Gott! Hätten wir das vorher machen müssen! Umlegen müssen! Warte mal! Ich hab ne Idee! Ach nein! Hä? Ich hab ne Idee! Ja! Aber das Ding ist, der Knopf... Was ist? Wo bist du? Warte mal! Wenn der jetzt hier ist... Ist der da oben irgendwo? Nein! Der ist hier nicht! Der ist irgendwo anders versteckt! Wir denken völlig falsch! Der ist wahrscheinlich echt irgendwo anders versteckt! Wir denken völlig falsch! Ich weiß! Ich guck grad auch hier in jede Ecke! Locker! Ist der hier! Irgendwo in der Wand oder sowas drin! Der drüben irgendwo? Oh mein Gott! Boah! Ich hab ihn! Oh mein Gott! Ich hab ihn! In diesem Umkreis hier! Guck am besten selber mal nach! In welchem Umkreis? In welchem Umkreis? Ich sag mal so in dieser Ecke hier! Ja! Hier? Ja! Ja! Okay! Schau nicht schlecht! Oh mein Gott! Der ist da so simpel! Einfach da unten! Ich weiß! Hier ist auch noch ne Druckplatte! Ah! Stimmt! Druckplatte! Sehr gut! Also den werden wir schnell finden hier! Jetzt sind wir schon bei gelb! Ja wir sind jetzt schon bei gelb! Ich glaube! Krasse Farben! Ist hier hinter irgendwas? Nein! Ist hier irgendwas? Oh mein Gott! Ähm! Ja! Ist er hier oder was? Hä? Kann man hier nicht rüber? Hä? Als wenn der hier nicht ist! Hä? Die pranken uns doch die ganze Zeit mit diesem blöden Ding hier! Aber dann ist er wahrscheinlich wieder irgendwo auf dem Boden oder so ne? Der ist wieder... Oh mein Gott! Hast du ihn? Oh mein Gott! Ich hab ihn! Alter! Du willst nicht wissen wo der war! Wo denn? Auf dem Boden! Ich sag mal so dass der auf dem Boden ist! Nein! So simpel! Alter! Oh mein Gott! Einfach da drin! Okay komm! Ich suche jetzt direkt den Boden ab! Ist so! Wir müssen hier... Wir gucken hier viel zu falsch! Wahrscheinlich kommt jetzt Jump and Run Club! Weißt du? Wahrscheinlich kommt jetzt oder? Ah! Nein! Komm nicht! Hast du ihn schon? Okay! Guck mal! Da ist der! Sehr gut! Okay! Wir reingehen jetzt ins nächste! Da wird schon 10 vor 24! Optimal! Alter! Läuft doch! Läuft doch! Was ist hier denn? Läuft sehr sehr gut! So jetzt haben wir hier... Jump and Run! Kleines ne? Glaubst du das Ding ist da oben? Ja! Oh! Der ist hier! Ich hab ihn! Oh! Nicht schlecht! Geprankt! Der ist da gar nicht! Der ist da oben nicht! Ne! Die sind hier wieder irgendwo an... Achso! Ich hab ihn entdeckt! Hier irgendwo warst du stützig! Hier irgendwo warst du auf einmal leise! Das heißt der muss hier... Aha! Okay! Okay! Dann geht's hier weiter auf jeden Fall! Also Bro! Was ist? Also Bro! Oh mein Gott! Wer den nicht sieht der ist echt blind! Oh grün! Wir haben eine neue Farbe grün jetzt! Kann man hochgehen? Nein man kann nicht hochgehen! Aber ich glaube wir müssen nach oben! Weil das ist eine extrem hohe Map! Das sieht ein bisschen nach so Dschungel aus! Wo man ob die Dächer oben rauf gehen kann! Aber... Ne man kann aber nicht hoch! Wenn dann kann man hier hoch! Ich sehe aber auch keinen Knopf muss ich sagen! Ne man kann nirgendswo hoch! Der muss hier irgendwo sein! Kann nirgendswo hoch! Der ist ja wahrscheinlich irgendwo in der Ecke oder so voll blau oder so voll versteckt! Warte mal! Hier? Ne! Oh mein Gott! Also ähm... Ich will nichts sagen oder so ne! Aber ich habe ihn schon gefunden! Ah ja! Dann weiß ich auch genau wo! Jaaa! Dann weiß ich auch genau wo! Nämlich hier warst du eben leise! Hier war ich eben leise! Hier muss der nicht sein! Hätte ich jetzt gedacht! Hä? Hier war ich leise! Hä? Hier war der... Oh mein Gott! Bro! Wie schwer war der denn zu sehen! Der war auf jeden Fall schon echt ne Schippe auf jeden Fall! Ja! Hier können wir auf jeden Fall hochgehen! Hier ist wieder ein Jump and Run! Cooles! Oh mein Gott! Ich habe außerdem den Cactus abgebaut! Das durfte ich wahrscheinlich gar nicht! Nee! Den Cactus darfst du nicht abbauen! Ich freue mich! Vielleicht ist er hier versteckt in einem... In einem... Oh! Jaaa! Hä? Hä? Was hast du da gefunden? Ich... Hab ihn! Was hast du gefunden? Kollege Schnürschuh! Ich hab ihn! Da im Busch drinnen! Hier oben! Aha! Sehr gut! Da war nämlich im Gebüsch drinnen! Hä? Also bisher ist er ja immer auf dem Boden! Und beim Jump and Run nie oben ne? Ja! Aber vielleicht ändert sich das auch auf einem gewissen Regenbogenlevel! Aha! Da bin ich mal gespannt! Da bin ich mal gespannt! Oder hier oben oder so! Aber ich... Also unten ist er jetzt glaube ich nämlich nicht! Oh mein Gott! Ist er da? Hast du ihn? Nein! Ich hab ihn doch nicht! Warte ich komm! Ich komm! Als ob er da oben ist jetzt! Ist er jetzt oben ehrlich? Der ist nicht hier oben! Alles gut! Hä? Was ist los? Na siehst du ihn einfach nicht? Geh weg da! Geh weg da! Ah! Du stellst dich auch da vor! Keine Mann! Aber diesmal war er jetzt oben ne? Diesmal war er jetzt oben! Ja stimmt! Also muss er oben auch mit abchecken! Ja ja! Okay das ist auf jeden Fall cool! Oh ja! Oh mein Gott! Ich bin der beste! Das sieht gut aus! Sieht sehr gut aus! Und... Ah! Ich hab ihn doch gesehen! Man kann ihn doch von hier sogar schon drücken! Ich drück ihn mal! Na ich drück ihn mal vor uns! Ey das ist natürlich sehr sehr entspannend! Okay jetzt haben wir ein blaues Level! Bei Wasser bin ich immer stutzig! Aber... Bei Wasser heißt eigentlich immer dass der da ist! Ah! Hilfe! Aber Wasser... Aua! Was? Ehrlich? So! Locker im Wasser! Oder nicht? Wasser ja! Kann ich auf jeden Fall auch gut vorstellen! Ah! Wo gehst du hier schon wieder hin? Was hast du hier schon wieder für einen Geil? Der ist hier oben aber nicht! Der ist hier oben nicht! Oh! Was? Oh mein Gott! Ich auch! Alter! Da ist er! Ich weiß! War er kaum zu erkennen! Wasser bin ich wieder stutzig ne? Muss ich wieder ehrlich aber sagen! Ja! Oder weniger ist mehr! Das heißt irgendwo versteckt! Weniger ist mehr! Das ist natürlich auch nicht schlecht ne? Hier oben ist nichts! Das heißt der kann nur hier drüben sein! Ja der kann echt nur drüben sein ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Äh! Hast du ihn gefunden? Nein! Hier? Wo ist er? Hier drin? Hä? Was denn? Ich hab ihn noch gar nicht gefunden! Du tust ihn so! Hab ich auch noch nicht! Hihihi! Hey unglaublich! Noch hab ich! Und zwar die ganze Zeit schon! Wo denn? Guck vielleicht mal hier in diese Richtung! Ah! Ah! Jetzt ist der gut versteckt! Ja! Einfach! Da unten einfach! Wieder! Oh! Jetzt ist hier wieder Eis! Ja! Es wird langsam so ein lila Ton! Es wird langsam hier irgendwie! Es wird langsam lila! Du hast recht! Ich bin auf jeden Fall auch schon drüben! Nein! Den Sprung kann man nicht schaffen! Ah! Den kann man echt nicht schaffen ne? Lagerfeuer! Ähm! Aber unten ist der auch nicht ne? Hier ist ein Geheimgang! Ne Igluhöhle! Der ist locker hier drin irgendwo! Ne Igluhöhle! Aber ich seh ihn nicht! Also der ist auf jeden Fall nicht hier drin! Warte! Ist der oben vielleicht? Kann man den oben sehen? Oh Gott! Hast du ihn entdeckt? Ne! Ich hab was anderes entdeckt! Was hast du entdeckt? Was hast du entdeckt? Dass man ne Ranke hochgehen kann einfach! Ne Ranke? Ne Ranke kannst du hochgehen! Aber ich schubse! Ich schubse! Drei! Zwei! Und! Ja! Oh! Hab dich geschubst! Danke dafür! Und jetzt hier rüber! Ja! Ah! Der ist auf jeden Fall oben drauf! Der Sprung ist schwer! Der Sprung ist schwer! Ja! Ja! Nein! Ich hatte ihn! Verdammt! Ich hatte ihn auch gerade! Nein! Ich bin so schlecht, Bro! Ich werd schon wieder runtergefallen! Ah! Ich komm mir die ganze Zeit gegen diese flöte Wand gegen! Die Frage ist! Ist es so richtig, wo wir lang springen hier? Hier oben? Man kann das schaffen! Ich war da eben auch schon drauf! Ich war da eben auch schon drauf! Warst du eben da schon drauf beim Block? Mhm! Warte! Nicht boosten! Und! Nein! So knapp! Schade! Okay, Bro! Du! Ja! Ja! Ich hab's! Sehr gut! Sehr gut! Und hier oben ist er auch auf dem Dach! Oh mein Gott! Let's go! Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Und hier ist wieder Jump! Ich glaube jetzt sind das alles Jump-A-Run-Dinger, die wir machen müssen! Ja! Sieht ein bisschen so aus! Kann ich mir vorstellen! Hier lang! Oh! Hier rein in den Turm, Treppe nach oben! Hier ist keiner! Hier ist keiner! Das Wort schon wieder veräppelt! Eine Fake-Treppe schon wieder! Hier raus? Oder was? Hier jetzt lang? Und dann... Warte mal! Also... Ich hab ihn schon gesehen, Kaspar! Hahaha! Ist er hier irgendwo schon? Ich hab ihn schon gesehen! Ich hab ihn schon gesehen! Hä? Soll er hier irgendwo sein? Oder was? Ich hab ihn schon gesehen! Wieso? Wo soll der sein? Ich hab ihn schon gesehen! Hä? Da oben irgendwo? Ich hab ihn... Ah! 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 Hör mal auf! Wo soll der sein? Sag mal! Wo bist du? Da bist du! Aha! Mal gucken, ob du den hier oben finden kannst! Äh... Oh mein Gott! Das ist echt dein Ernst! Da drinnen! Nicht! Okay! Warte mal! Warte mal! Yeah! Aha! Okay! Nicht schlecht! Oh! Pink jetzt schon! Farbwechsel! Das ist wahrscheinlich jetzt wieder mit einem krassen Jump'n'Run oder so! Oh! Oh ja! Da geht's lang! Oh mein Gott! Das ist ja voll der schwere Sprung! Ach! Easy! So! Hier! Zack! Hier lang! Und jetzt? Hier! Aber... Der ist da oben nicht! Wie konntest du denken? Da war ein unsichtbarer Block über uns! Ich weiß! Das ist die Decke! Aber der ist da oben nicht gewesen! Da war er nicht! Dann vielleicht hier unten irgendwo? Oh mein Gott! So! Jetzt müssen wir grad kurz gucken! Ich kann mir vorstellen! Oh mein Gott, Bro! Hast du ihn entdeckt? Nein, nein! Geh ruhig mal nach oben und guck mal nach, ob er da ist! Ich hab ihn! Ja! Ich auch! Oh mein Gott! Gott! Ich weiß! Da in der Ecke! Aber man kann ja nicht hoch springen, ne? Von da aus! Doch, doch! Kann man! Oh nein! Und er war pink! Er war pink! Er war pink! Du hast recht! Da trauen wir den Pfeilen, dass wir hier lang gehen müssen! Okay! Hier rum, ja! Dann hier lang! Hier hoch! Es ist Kristalle hier auf dem Boden, ey! Jaja! Ey, Bro! Wer spielt so? Weißt du? Wer ist so ein Freund? Wer macht sowas? Aber das Ding ist, der ist glaube ich auf der anderen Seite! Da wo du jetzt grad bist! Meinst du? Hier oben? Ich hab ihn schon gesehen! Oh, Manu! Das heißt, der ist bei dir da irgendwo! Nee! Gar nicht! Der ist hier drüben irgendwo! Nein, der ist bei dir da! Mann, du Veräppler! Ah! 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 Da ist er! Komm ich jetzt da hoch nochmal! Ach so, hier lang! So! Ich kann ihn auch einfach drücken, wenn du willst! Nein, nein! Du wartest jetzt noch! So! Okay! Zeig mal Erda! Da! An der Decke! Ach da! In der Ecke! Gar nicht gesehen! Okay! Wo sind wir jetzt hier? Das sieht auch cool aus! Hier wieder ein krasses Jump'n'Run! Okay! Mhm! Jump'n'Run wieder erledigen! Über die ganzen Sachen hier! Ganz, ganz recht! Nein! Verdammt! Oh Mann! Das ist jetzt Karma auch gewesen! Oh nein! Also echt! Was ist denn? Als würde mich das abhalten, wenn du es zumachst! Was? So! So! Nein! Das kann doch nicht sein! Ja! Sehr gut! Ja! Der ist hier! In der Ecke einfach versteckt! Ganz klein! Okay! Warte ich komm! Zack! Zack! Ja! 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 Du hast den! Hier in der Ecke ist er versteckt! Okay! Cool! Sehr gut! Der letzte Knopf! Entweder der letzte oder der vorletzte! Achso! Stimmt! Ist er versteckt irgendwo oben? Gute Frage! Nee! Oben ist er nicht versteckt! Wo könnte er sonst sein? Warte mal! Hier ist ein Jump'n'Run! Ehrlich! Hier ist ein Jump'n'Run im Tower! Im Tower! So! Mal hin hier! Ey Bro! Jetzt hör doch mal auf damit! Ich mach das doch bei dir auch nicht! Ah! Oh mein Gott! Das ist so ein Glück, Alter! Der ist hier oben! Ey jetzt hör doch mal auf damit! Sag mal! Ich bin so schnell gesprungen, ne? Aber ich seh ihn ja nicht! Das ist Fake! Der ist locker hier! Nee! Nein, nein, nein! Du Blindfisch! Der ist locker hier! Oh mein Gott! Wo bin ich denn jetzt hier, Alter? Oh mein Gott! Ja! Hast du ihn? Nein, nein! Alles gut! Ah! Ah! Wo bist denn du da jetzt gelandet? Sag mal! Ich hab ihn! Oh nee! Vor dir gefunden! Mann! Hier oben? Au! Okay, komm, drück drauf! Der ist bei dir da oben! Ach da! Ah! Wir haben alle empfunden! Iuuu! 25 von 25 Knöpfen! Let's go! Hui! Richtig cool, Kaspar! Sehr schön! Ho, 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 Kaspar! Ho, ho, ho! Was geht ab? Alles gut bei dir! Alles gut bei dir! Willst du jetzt das Battle haben oder was? Oh! Du willst doch Stress, Kollege! Du willst doch Stress! Du willst ja... Oh! Wir können nicht drüber gehen! Wir dürfen das Dreieck hier nicht verlassen! Guck mal hier! Oh! Nein! Oh nein! Das wird Rache geben! Das wird Rache geben! Okay, weißt du was? 3, 2, 1, go! Hihi! Okay, okay, okay! Jetzt wer zuerst Diaf findet oder was? Wer zuerst Diaf findet! Ich werde nochmal ganz kurz hier neben meinen Timern machen! Und zwar 15 Minuten gehen jetzt los, Kaspar! 15 Minuten! Ja, 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 ja! Mach mal ruhig! Mach mal ruhig! Du wirst keine Chance haben, Kollege! Das coole ist halt... Oh nein! Ich habe mich hier schon verrechnet! Hast du dich schon verrechnet? Oh nein! Ich bin tot! Danke für die Bergbank, ne? Das ist sehr, sehr korrekt von dir auf jeden Fall! Nein! Als wenn du jetzt an meine Bergbank gehst! Sehr, sehr korrekt! Och nee, ey! Oh Gott! Ich geh jetzt hier direkt nach unten, Leute! Hier brennt ja schon direkt die Bergbank! Hier geht's direkt nach unten! Ja! So! Hau mal rein, Kaspar! Mann, da greibt er sich direkt nach unten, ne? Okay, okay! Ich grab mich hier direkt nach unten, du wirst! Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen, dass das... Mach da ruhig mal dein Ding! Ey, ich hab hier direkt Stein, ne? Was soll das denn? Ich mach ja auch mein Ding! So, guck mal! Ich sag dir, ich werde heute als erstes Diamanten finden und dich dann komplett erstören! Auf keinen Fall, Alter! Ich werde dich heute komplett erstören! Heute werde ich mal eine andere Seite aufziehen, Kollege! Träu mal weiter, ne? Träu mal weiter! Ist so! Ist so! Ich werde jetzt erstmal ganz kurz hier nochmal ein paar Sticks hier machen, ne? Lechalig! Lechalig! Zack! Oh mein Gott! Mach mal ruhig deine Sticks da, ne? Verschwende mal ruhig deine Zeit! Ja! Ich verschwende ruhig meine Zeit! So wie ich's will! Erstmal geht's jetzt schön weiter nach unten, ne? Ich will jetzt sagen, aber... Oh, ich mach jetzt die gefährliche Taktik! Ich mach jetzt die ganz gefährliche Taktik! Oh! Ich hör schon die ersten Zombies, Leute! Weißt du, wieso du letztes Mal gewonnen hast? Wieso? Weil ich mich nicht tief genug runtergegraben hab! Ich hab nämlich falsch bei der Hölle gefunden! Welche Hölle bist du denn jetzt gerade? Das geht dich gar nicht an, Kollege! Oh mein Gott, ich hab nicht die Hölle gefunden! Nein! Nein! Das kann nicht sein! Optimal, Leute! Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal ganz kurz noch was essen! Und ich wollte direkt ein Schwert jetzt hier, ne? Das heißt, einmal ganz kurz hier, zack! Oh mein Gott, ich hab nicht genug Holz von oben mitgenommen, ne? Ja! 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 Das ist ja sehr unkorrekt! Und ich hoffe mal, dass du jetzt auch, dass dein Werkzeug schon kaputt gegangen ist! Äh, nein! Ist es schon kaputt gegangen? Doch ist mein Werkzeug nicht kaputt gegangen! Aber... Was ist das denn? Ja! Guck mal, ich kann jetzt hier... Zack! So! Und jetzt, Leute! Jetzt... Wenn der Timer um ist, dann geht's auch direkt los, ne? Ja! Dann wird hier nicht erst noch gecrafted! Oh, 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 oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So! Ich bin wieder da! Mann, Alter! Okay! Sehr gut! Ich hab Eisen! Ich hab Eisen! Ich hab Eisen! Ich hab Eisen! Okay! Ich muss kurz ein bisschen Steak essen! Das Gute ist, Leute, mit dem Eisen kann ich mal irgendwann gleich fette... Ist das nur eins? Really? Oh mein Gott! Was ist das für eine große Höhle? Als wenn es nur ein Eisen ist! Hä? Das ist voll die große Höhle! Oh, ich hör auch Zombies! Mit Lava und so, ne? Ja! Wo seid ihr? Oh mein Gott, hier geht's weiter? Was hast du? Oh mein Gott, ist die hoch! Ich bin oben rausgekommen bei der Höhle! Wie, du bist oben rausgekommen? Ich seh dich! Ich seh dich! Du siehst mich! Wir sind in der gleichen Höhle, glaub ich! Hä? Oh mein Gott, wir sind echt in der gleichen Höhle! Oh Gott! Dias! Was? Dias! Du bist in meine Höhle gegangen! Hau ab! Das ist meine Höhle jetzt! Das ist meine Höhle! Ich hab mich extra weggegraben! Die gehört mir! Die gehört mir! Ich hab mich extra weggegraben! Was soll das? Oh! Ich hab ganz viele Dias! Ich bin gleich tot! Ja, besser ist das auch! Nein! Oh mein Gott, ist die Höhle groß! Oh mein Gott, ist die Höhle jetzt erst! Okay, hier sind leider noch keine Dias! Aber hier ist ganz viel Eisner! Wir sind auch diese doofen Zombies, ne? Ich komm zurück! Haut mal bloß ab hier, blöden Zombies! So, jetzt aber! Ich geh mal ganz kurz hier weiter, Kollege! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Aber, verdammt! Okay, ja! Okay, ich muss leider... Ich muss mich über den Zombies duellieren! So, jetzt hier, blöden Zombies! Zack, zack! Oh mein Gott, ich seh dich, ne? Es ist einfach bei mir! Du bleibst mal schön... Du bleibst schön bei deiner Seite! Das ist so eine riesige Höhle! Bleib du mal schön auf deiner Seite! Wie viele Diamanten hast du denn gefunden, ne? Wie viele Diamanten hast du denn gefunden? War noch gar keine! Das waren nämlich, glaub ich, keine Dias! Tja, doof gelaufen für dich, Kollege! Ja, ich baue Eisen! Ich baue Eisen! Oh! Gut, dass hier Eisen ist! Scheinlöcke, so... Ah! Oh! Was hast du denn? Der hat auf jeden Fall eine krasse Shotgun hier gehabt! Aber, hier ist nochmal Eisen, Leute! Alles easy! Jetzt habe ich dreimal Eisen! Das heißt, damit könnte ich mir... Oh nein, ich kann mir keine Crafting Box machen! Ich glaub's nicht! Oh! Das ist aber belastend! Als wenn es jetzt daran scheitert, an der Crafting Box! Ich habe auch nicht genug, den ganz sehe ich gerade! Als wenn ich jetzt wieder hoch muss! Ja, du musst wahrscheinlich... Lass zusammenlegen! Nix zusammenlegen! Ich habe nur noch ein Holz! Einer Kollege Schnüsch! Willst du Stress oder bist du Stress? Ich habe nur noch ein Holz! Ja, ich habe drei Holz! Mit dem genau ein! Ich kann ja alles sammeln, ne? Und dann kann man das am Ende einfach schön verwerten! So, ich muss mal ganz kurz hier mit dem Bakerohr machen, Leute! Hier ist Gold! Und zwar auch richtig viel Gold! Ja, Gold bringt dir ja nichts, ne? Was für ein Goldapfel, Bro? Ja, musst du erst mal einen Apfel finden, ne? Ja, wieso oben sind Bäume, wenn ich da den abgebaut habe? So, guck mal! Ich gehe jetzt hier weiter rüber! Über den Lamasee! Ich hoffe, dass jetzt hier... Ey, wie komme ich aus der Höhle wieder raus? Das ist voll gruselig! Ey, das... Was? Mann, ich könnte schön das sind hier! Ich brauche ein blödes Holz noch! Smaragd! Was ist hier alles? Ja, das sind krasse Sachen am jeden Fall! Ja, das Problem ist jetzt gerade, ich komme hier irgendwie nicht mehr weiter! So, kurz nochmal die Color Stones hier nochmal machen! So! Und hier auch noch! So! Okay, wir sammeln damit alles... Oh mein Gott, das sind jetzt Dias? Nein, das sah so aus! Oh, jetzt noch Eisen! Hier ist Eisen, Leute! Alles gut, Kaspar! Ja, 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 ja! Hier ist noch mehr Eisen, ne? Hier sind aber immer noch keine Dias, das kann doch nicht sein! Ey, hier sind die ganze Zeit auf dem Boden so komische Magma-Blöcke, ne? Sie dreht dich verrückt aus! Ja, ich weiß! Die machen, glaube ich, sogar Schaden, ne? Hier ist Eisen noch, Leute! So! So! Aber hier ist nirgends so... Es kann nicht sein, dass man hier keine Diamanten findet, ne? Das kann doch nicht sein! Ich weiß halt nicht, ob ich ein Tier schon gesehen habe oder ob ich einfach nur blöd bin! Das ist wahrscheinlich einfach nur blöd! Ich glaube auch! Das ist, glaube ich, eher das, was so sein kann! Dann gehen wir mal ganz kurz! Oh! Auch in die Lava, Leute! Hier sind auf jeden Fall... Ich habe so viel Eisen, ne? Ich habe so viel Eisen! Nein! Nein! Das fällt alles in die Lava hier rein! Verdammt! Okay! Hier hinten war eben noch irgendwas... Oh mein Gott! Hier sind noch mehr Sachen, ne? Hier ist noch mehr Eisen, ne? Boah, das ist ein Eisengefarbe hier jetzt, Alter! Hier ist so ein krasses... Aber ich finde keine Diamanten, Alter! Deswegen, ich brauche noch gar keine krasse Spitzhacke machen! So, guck mal jetzt hier! Schön, geht es weiter! Alles easy! Alles mitnehmen, Leute, ne? Hier war auch irgendwas, glaube ich, ne? Von hier kam ich eben! Was war hier noch? Hier ist der Magna-Block im hier gewesen! Und... Noch mehr Eisen, Bro! Noch mehr Eisen! Wie viel hast du denn? Du kriegst ja Full-Iron-Rüstung dann, ne? Ich krieg dann Full-Iron-Rüstung auf jeden Fall! Das ist auf jeden Fall... Ja? Zack, so! Hier ist noch mehr Eisen! Ui! Noch mehr? Wie viel hast du denn da, sag mal? Oh, warte! Oh, ich hab noch so eine Spitzhacke! Das Ding ist, ich hör hier die ganze Zeit irgendwie außen so Lava und Zombies... Lava und Zombies? Irgendwo hier außen bei mir oder so... Oh mein Gott, hier ist ein Lavasee! Hä? Okay, wie krass ist denn das, bitteschön? Großer, oder was? Oh, der sieht echt voll groß aus, ne? Oh mein Gott, Aua! Dias! Oh mein Gott, Aua! Nein! Als wenn du Dias hast! Aua, Aua, Aua! Ich werde dir erwischt von denen! Okay, jetzt muss ich mal ganz vorsichtig sein, hier Leute! So, guck mal, jetzt hier müssen wir jetzt erstmal schön zu diesen Eisendingern hinbauen! So! Ofen gecraftet! Und ich hoffe, das Problem ist, die sind direkt beim Lavasee, ne? Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier gleich irgendwie kaputt machen werde, oder so, ne? So, pass auf, jetzt hier schön einmal Kabelsturm weitermachen! Wie viele Dias hast du? Also, sieht man das schon? Oh mein Gott, ich glaub, der Lava-Sie ist richtig tief! Das ist das Problem, das ist richtig tief, Kaspar! So, und das Problem ist, ich muss jetzt einmal ganz so tief außenrum bauen! So sind die vielleicht... Ne, es sieht aus, als wären das nur so zwei Dias! Hä? Ah! Ja! Genau davon rede ich doch! Das sind nur zwei Dias! Mit zwei Dias wäre ich kein Anfang! Davon rede ich doch, Kollege Schnürschuh! Ey, das ist so unfair! Mehr hast du auch einfach nicht verdient! Mehr hast du auch einfach nicht verdient! Okay, warte mal, ich schnappe jetzt mal ganz kurz den Dias! Okay, ein! Und zwei! Ja, toll! Ist das hier... Ist das ein Dias? Zwei einfach nur! Hast du einen? Ich weiß jetzt nicht genau, ob das ein Dias ist! Doch, wenn du Dias siehst, die erkennst du sofort! Ah ja! Da kommt Kindheitserinnerung hoch! So, hier! Guck mal, hier sind noch mehr Eisen! Ey, ich hab so viel Eisen, Bro! Das ist nicht mehr normal! Ich greif dich, sobald der Timer vorbei ist, greif ich die auch instant an! Ja, okay! Okay! Oh mein Gott! Hier ist ein Creeper, der wird explodiert! Was? War er das reigelegt da an Diamanten oder was? Ne, ne, der hat mich aber fast hochgejagt! Oh ja! Das ist nur Gold! Das Dias? Ich find hier immer nur so komische... Was ist das denn? Ist das dir? Nein, auch nicht! Ich weiß, du findest halt echt nur so voll komische Sachen! Ja, so Tin-Ohr oder so! So, jetzt hab ich... Ich hab jetzt einfach 62, äh, Eisen! Die werde ich jetzt mal ganz hoch beraten! Ja, Bro, Alter! Du kannst aber nur ein Eisen brennen! Die werde ich jetzt... Die werde ich jetzt beraten! Ich hör die ganze noch irgendwo im Wasser... Oh, warte! Hier oben! Hier oben sind noch Zombies! Ich brauch noch einen Helm! Ah, der ist runtergefallen, Leute! So, sind das hier drin? Ne, auch nicht! Ich glaub, hier war eben noch irgendwas! Hier war irgendwas krasses, glaub ich... Oh, ein Skelett... Ein Skelett mit Bandana! Mit Bandana! Mit Bandana! Den greif ich an jetzt hier! Komm schon! Und! BAM! 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 Nein, hat er nicht! Ey, was ist das für eine krass große Höhle, Alter! Bro, die ist riesig! Die ist extrem groß! Die ist riesig! Ja, ist der denn gedroppt! Komm schon, komm schon, komm schon! Was ist das denn? Hat er... Oh, droppen die nicht mal die Pistole, Alter! Das wär voll cool, wenn die die Pistole droppen würden! Aber jetzt hier... Der... Das Skelett... Das Skelett ist aber... Komm schon! Nein, wieder nicht! Das kann nicht sein! Ich will doch einmal was haben, sag mal! Hier sind... Hier ist noch mehr Eisen, ne? Aber ich finde keine Dias mehr! Was echt schade ist! Ey, was ist das für eine krasse Höhle, Bro! Hey, so viel... Geisteskrank, Geisteskrank! Woviel Eisen ist hier, ne? So, dann werde ich jetzt mal ganz kurz mit die schönen Sachen jetzt machen! So, einmal... Zack! Dann... Zack! Zack! Und... Zack! Dann noch hier einmal, Leute, ne? Ganz wichtig! So... Okay, so... Ey, ich sagte, du musst auf jeden Fall... Ach, du hast keine Chance gegen mich! So, es sind nur 30 Sekunden am Start, ne? Ui! 30 Sekunden nur noch! Und der musst du jetzt gönnen! Gönnt der? Der gönnt, na? Gar nicht! Das war jetzt so, Leute! Okay, Kasper, ich würde sagen, noch 10 Sekunden, das heißt, am besten sollten wir schon mal nach oben gehen, ne? Wir treffen uns oben, wir treffen uns oben! Wir treffen uns oben und wir sehen uns gleich wieder! Bis gleich, bis gleich! So! Oh, ich gehe nach oben! Ich habe fast geschafft! Ich habe noch coole Sachen gecrafted hier, ne? Schön die Ausrüstung! Oha! Okay! Ich habe jetzt auch noch... Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinen Sachen! Guck mal, was ich habe! Was? Was ich habe? Oh mein Gott! Hau ab! Hau ab! Was willst du, Kollege? Was willst du? Wo hast du die Pistole her? Okay, trau dich doch, ne? Tja, die habe ich gefunden! Die habe ich... Trau du dich doch! Na! Mann! Hau ab da! Okay, 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 okay! Na komm her! Ja! Ja! Okay, okay, okay! Na! Ja! Hey! Ui! Komm schon! Nein! Hau ab da jetzt, Kollege! Wie viele Herzen hast du noch? Oh mein Gott! Ja! Nein! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was soll das denn? Ja! Wo bist du, ne? Trau dich! Trau dich! Trau dich! Trau dich! Trau dich doch! Nein! Oh mein Gott! Was hat das für eine Kongi? Ja, ich hatte drei Herzen, Bro! Ich regeneriere auch nicht! Man! Easy peasy! Du hast gewonnen! Nicht schlecht! Piu, 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 piu! Das war's auf jeden Fall gewesen, Freunde! Wenn ihr noch mehr so möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da! Checkt auf jeden Fall hier das Video aus! Einfach raufklicken! Und bis morgen! Ciao, ciao!